Können wir heute über die DDR reden und was können wir von ihr lernen? Das beschäftigt uns jetzt hier bei LOGIN. Wir haben tolle Gäste heute im Studio. Schön, dass Sie auch dabei sind. Nicht alles war schlecht, wird die DDR verklärt. Das ist unser Thema heute bei LOGIN und damit einen schönen guten Abend live aus Berlin. Heute ist der 25. Todestag von Chris Geffreul, dem letzten Flüchtling, der an der Mauer erschossen wurde, von Grenztruppen der DDR. Auch das war also die Wirklichkeit der DDR. Reden wir zu wenig darüber und verklären zu viel? Das fragen wir Sie heute. Sagen Sie uns Ihre Meinung unter Hashtag ZDF-Login oder auch über unser Blog login.zdf.de. Viele hatten es sich gut eingerichtet in der DDR, erzählen wie gerade in der Dokumentation von der schönen Kindheit und von diesem Zusammenhalt. Aber darf man das im Rückblick trennen, vielleicht vom Unglück des Freundes oder des Nachbarn, der was Falsches gesagt hat und deshalb vielleicht sein Abi nicht machen darf? Kann man die DDR denken ohne SED und Stasi? Wie sollen wir die DDR-Geschichte aufarbeiten? 25 Jahre nach dem Mauerfall. Freiheit in der DDR? Die lag an der Ostsee. Ohne Bikini, ohne Badehose. Ich mag das nach wie vor. Ich finde FKK geil. Fast jeder hatte Arbeit. Der Staat kümmerte sich. Die DDR war für mich als Kind das beruhigendste und schönste Land überhaupt. Manche Erinnerungen klingen wie ein Kesselbuntes. Seegurke, Drehrungbumpen, Neptunfeste. Da saß man abends beisam, die Flasche kreiste. Alles ganz harmlos? Die DDR und dieser Hermethut? Eine Diktatur? Nein, sagt die Hälfte der Ostdeutschen und ein Viertel der Wessis. Doch was ist mit der Stasi? Und der Mauer? Schluss mit der Ostalgie. Soll man die DDR-Symbole verbieten? Die DDR ein Unrechtsstaat wie das NS-Regime? Die Kategorie Unrechtsstaat, nur weil die von einigen Menschen benutzt wird, ist nicht staatsrechtlich, juristisch und wissenschaftlich haltbar. Also nur ein bisschen Unrechtsstaat? Wir haben ein schönes Leben in der DDR gehabt. Nicht wegen des Staates, sondern trotz des Staates. Nicht alles war schlecht. Wird die DDR verklärt? In den ersten Mal heute Abend haben Sie gerade schon eine Dokumentation kennengelernt. Als Spitzensportlerin wurde sie in der DDR gefeiert. Doch dann ist sie geflohen. Nach der Wende setzt sie sich für die Aufarbeitung des Zangs-Doping-Systems in der DDR ein. Nein, sie meint, die DDR ist ein Unrechtsstaat und keine Bonbonfabrik. Herzlich willkommen, Ines Geipel. Frau Gapel, wieso darf man die DDR nicht verklären? Ihre Position jetzt schon mal zu Beginn dieser Sendung für unsere Diskussion. Und dafür haben Sie 20 Sekunden Zeit. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo es selbstverständlich ist, dass Menschen, die gelitten haben, die Opfer wurden in der DDR-Diktatur, an die Hand genommen werden, dass sie ihre Geschichten erzählen können. Wozu Verklärung, Verklärung heißt für mich wegmoderieren, nicht wahrhaben wollen. Und ich glaube, wir sind nicht auf gutem Weg. Es gibt eine Schieflage in der Aufarbeitung, wenn es um die DDR geht. Sagt Ines Geipel. Und dann ist er, das spielt sich mit seiner Erinnerung an die DDR sehr, sehr wohl. Sexualwissenschaftler, der DDR-Sexpapst und auch im Vereinigten Deutschland ein gefragter Autor. Man hätte von der DDR auch lernen können, sagt Kurt Starke. Herzlich Willkommen. Und auch Ihre Position wollen wir zu Beginn unseres Wettstreits der Meinungen erfahren. Darf man die DDR verklären? Auch Sie haben dafür 20 Sekunden. Wenn man sein Leben überdenkt, da gibt es vieles Böses, aber man möchte nicht ständig an dieses Böse denken. Man denkt lieber an das Gute, an das Fröhliche. Das ist wichtig für das Jetzt, auch im Zusammenleben mit seinen Mitmenschen. Und das sind die Positionen heute an bei uns im Studio. Wir wollen hier wieder abstimmen. Und zwar für Frau Geipel oder für Herrn Starke auf login.zdf.de. Da läuft wie immer unser Vote jetzt eine Stunde lang. Ja, einfach abstimmen. Und es sind natürlich zwei DDR-Vergangenheiten, zwei Meinungen. Ihre fehlt uns noch. Die können Sie gerne schicken, ob es eine Meinung ist, ob es eine Frage ist, ob es Erfahrungen sind, falls Sie in der DDR mit aufgewachsen sind. Alles ist da herzlich willkommen. Unsere NetScouts sind hier und freuen sich sehr, sehr viel zu lesen. Facebook, Twitter und unser Blog wurde auch vor der Sendung schon sehr, sehr oft genutzt. Und es gab tatsächlich viele schöne persönliche Ansichten und Geschichten auch von Leuten, die in der DDR groß geworden sind. Was da auffällt, ist, dass es eine starke Entweder-Oder-Meinung gibt. Also die Leute sagen entweder, Mensch, trotz Diktatur, wir waren glücklich und man kann von der DDR sehr viel Gutes auch abschauen. Aber es gibt dann auch die harten Kritiker. Und so diesen Meinungskontrast, sage ich mal, fasst hier ein User ganz gut zusammen. Martin Blatschejewski auf Facebook. Frau Geipel, sind Sie auch so eine Nestbeschmutzerin oder reden sich einfach zu viele, die DDR zu schön? Na ja, Wahrnehmung der Realität heißt es im Blog und Wahrnehmung der Realität heißt wirklich millionenfache Opfer. Wir sprechen von 40 Jahren DDR. Das Bild hat sich eingeprägt, die DDR ab 72, aber die 50er, 60er Jahre waren Terrorjahre. Und wir reden alleine, wenn es um politische Haft geht, von 500.000 Häftlingen und natürlich von Betroffenen, Kindern, Eltern, Mann, Frau. Also wir haben sehr viele, die im Land unterwegs sind und von denen wir wenig hören, viel zu wenig hören. Starke, die Frau Geibel spricht von Terroropfern. Roland Jahn, den wir im Film gesehen haben, jetzt gerade auch nochmal bei uns im Beitrag, sagte, wir haben ein schönes Leben gehabt, nicht wegen, sondern trotz der DDR, ist es dann in Ordnung, sich eher und vor allem nur an die schönen Dinge zu erinnern, wenn man eigentlich das ja auch mit im Hinterkopf haben müsste? Natürlich nicht. Auch was es an Verbrechen gegeben hat, ist doch klar. Das ist immer auch eine Mahnung, dass sich so etwas nicht wiederholt. Aber wir haben hier jetzt mit einem Besonderen zu tun. Wenn gesagt wird, es war nicht alles schlecht, ist das Volksmund. Und dann aber werden wir Bilder gezeigt am FKK-Strand, ganz lustig, und ich habe gesagt, es war alles viel schlechter. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass es in der Öffentlichkeit, in der Ideologie ein Konstrukt DDR gibt. Und dieses Konstrukt ist ideologisch bedingt, hat mit einer wirklichen DDR nichts zu tun. Und diesen Widerspruch empfinden die Menschen. Und daraus entsteht dieser Widerspruch, den Sie auch vorhin so schön formuliert haben. Das habe ich nicht verstanden. Sie haben von einer Schräglage... Es gibt ein ideologisches Bild, ein Abbild von der DDR. Nein, wir reden doch nur von der Realität. Und die Realität, das sind wirklich Millionen Opfer. Und die sind nicht da. Die sind in unserer Öffentlichkeit nicht da. Auch ein ideologisches Konstrukt basiert natürlich auf bestimmten Daten. Nein, reden wir doch von der Realität. Aber das Gesamtbild ist nicht das, was Bürger der DDR wirklich gelebt haben. Moment. Und dieses wirkliche Leben der DDR ist äußerst differenziert. Sie haben ein bestimmtes Leben. Sie sind schwer gekränkt worden. Sie sind verfolgt worden. Und es ist vollkommen klar, dass Sie das so sehen. Und andere sehen es eben anders. Dann lassen wir Frau Geigke darauf antworten. Ja, also zuallererst. Ich war, meine Eltern waren Kommunisten. Ich war ein vollkommen indoktriniertes Kind. Ich habe meinen Weg gemacht. Und mein Weg besteht eben genau darin, die Hand zu reichen und zu sagen, es gibt viele Opfer und die müssen wir wahrnehmen. Und für mich ist das nicht eine Frage der Ideologie, sondern der Realitäten, die wir hier zu verhandeln haben. Und da, glaube ich, rutscht sehr vieles weg. Weil es bequem ist und weil wir, ich verstehe diese Geschichte mit der Verklärung überhaupt gar nicht. Weil Verklären kann ja immer nur bedeuten, ich möchte etwas, ich will etwas nicht wahrnehmen. Verklären ist etwas ganz Wunderbares. Ohne Verklären können die Menschen überhaupt nicht existieren. Wie nicht in der Kirche. Es gibt die Gnade des Vergessens. Und das ist unerwartlich wichtig. Und für viele DDR-Bürger ist das so, das zeigt auch meine Forschungen, dass ihre Biografie einfach nicht zur Kenntnis genommen wird, nicht ernst genommen wird. Und wie es Frau Geipel sagt, es wird immer mehr verklärt. Nehmen Sie das auch so wahr? Wer verklärt wie? Eine Verklärung, die eher diese kindischen Widersprüche nur zeigt. Also hier das Böse und das ganz Böse und da so etwas Alkernes, das ist natürlich nicht die wirkliche DDR. Was man braucht ist, dass das normale Leben der DDR in seinen positiven und negativen Seiten einfach ganz sachlich und auch ein bisschen fröhlich betrachtet wird. Ich glaube, jeder DDR-Bürger weiß, er hat sein Bier getrunken, er hat geliebt, er hat am Strand, ist nackt rumgelaufen und so. Das wird doch niemandem weggenommen. Das ist doch einfach blanke Ideologie, dass man sozusagen den Ostdeutschen heute die Lebensgeschichte wegnimmt. Das ist doch Quatsch. Wer fühlt sich denn da angegriffen? Ich würde sagen, wir geben mal in den Chat und schauen deine Diskussion an. Ja, wir haben hier wieder positive und negative Sichtweisen auf ein Stichwort. Es wird nämlich immer positiv gesprochen hier im Netz von den meisten Usern über diesen starken Zusammenhalt, den es in der DDR gab. Marco Freier sagt dazu hier auf Facebook, die DDR hat nicht nur schlechte Seiten gehabt. Das Zwischenmenschliche und der Zusammenhalt war kein Vergleich zu dieser Ellbogengesellschaft, in der wir jetzt leben. Es gab einen sozialen Frieden zwischen den Menschen. Dazu haben wir auch wieder eine genau gegenteilige Meinung, nämlich von Thomas Deckert. Der sagt, Moment mal, das war doch oberflächlich, man konnte ja niemandem trauen. Viele tausend Menschen wurden von ihren Freunden und Verwandten ausspioniert und denunziert. Und viele tausend landeten in den Stasi-Kerkern und wurden gefoltert. Und jetzt gibt es wieder Leute, die das im Rückblick ganz toll finden, weil ihnen heute irgendwas nicht passt. Das, liebe DDR-Nostalgiker, ist zum Kotzen. Also dieser Zusammenhalt, Herr Starke, Sie wollen gleich schon was sagen? Also der Zusammenhalt ist natürlich auch eine Art Notwehr. Die Menschen mussten auch zusammenhalten, weil die Verhältnisse ja nicht so günstig waren. Und das zeigt sich auch ganz spezifisch in meinem Fachgebiet, im Geschlechterverhältnis, dass eben diese Gräben, die manchmal auftagen zwischen den Geschlechtern, so in der DDR nicht vorhanden gewesen sind. Und dieser Zusammenhalt lässt sich aber auch empirisch nachweisen, was auch damit zusammenhängt, dass es bestimmte Formen der Konkurrenz in der DDR nicht gab. Also man kämpfte oder setzte sich für etwas gemeinsam aus. Aber was der User hier sagt, war das... Und das Misstrauen, was ständig in den Medien auch da ist, natürlich wusste man das von der Stasi. Aber das bedeutet nicht, dass die Menschen voreinander ständig Angst hatten. Wir haben empirisch nachgewiesen, lassen Sie mich das sagen, empirisch nachgewiesen, dass DDR-Bürger weniger angstsozialisiert werden als Jugendliche heute. Das ist empirisch nachweisbar. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass sie sich vertraut haben. Dieses Vertrauen ist missbraucht worden auch, aber es hat dieses Vertrauen gegeben. Ist das eine Illusion, die Illusion des Zusammenhalts, so wie Herr Starke das gerade auch entwickelt hat, wo es eigentlich herkam? Der stärkste Zusammenhalt in der DDR war die Angst. Die DDR war eine reine Angstkultur. Das ist etwas, was Sie in Ihrem Leben hineinlegen. Aber das stimmt nicht auf die mehr Art der DDR dazu. Ich meine, ich komme Ihnen doch auch nicht bezogen auf Ihr persönliches Leben. Wir versuchen doch politisch zu sprechen. Es ist doch völlig irrelevant, was der Einzelne, was Sie jetzt und was ich jetzt real in der DDR gelebt haben. Wir versuchen klarzukriegen, erstens versuchen wir klarzukriegen, warum gibt es diesen Streit. Den gibt es ja seit wenigstens 25 Jahren. Und was wird denn abgewährt? Worüber erzählt denn diese Art der Nostalgie? Und ich will noch mal ganz klar sagen, es geht nicht um die Frage. Also Menschen haben in der DDR Hervorragendes geleistet. Und niemand steht da und nimmt diese Lebensleistung weg. Das ist eine Mehr, glaube ich. Das ist eine Empfindlichkeit, weil die DDR ist zusammengebrochen, sie ist weggerutscht. Und das ist dann letzten Endes klar. Eine Niederlagengeschichte. Das ist es. Aber wir könnten doch dastehen und zwar wirklich mit absolut geradem Rückgrat und sagen, wir haben eine Revolution gemacht. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir haben Weltgeschichte geschrieben. Das ist ein totales Ding. Denn das ist das Wunder per se. Das ist wirklich eine Glücksgeschichte. Und darauf könnten wir doch unsere Narration gründen. Hier, Zeug auf Google Plus sagt, die DDR ist und bleibt Heimat für viele, die dort aufgewachsen sind. Es gab nämlich auch die Menschen, die ganz normal gelebt haben, ohne in der Partei oder im Widerstand aktiv zu sein. Und einfach gehen konnte man schließlich nicht. Also lernte man, mit all den Einschränkungen zu leben und die Freiheit in das Private zu verlegen. Ich würde sagen, wir erweitern die Runde und bringen noch eine Position mit zu uns rein. Angela Ehlis hat sich ein Jahr vor dem Mauerfall mit 22 dazu entschlossen, ihre Heimat, die DDR, zu verlassen. Sie blieb bei einem Verwandtschaftsbesuch im Westen. Dann fiel die Mauer und nach einigen Jahren zog die Journalistin und Moderatorin wieder zurück nach Ostdeutschland. Denn das ist ihre Heimat. Und darüber wollen wir jetzt gemeinsam sprechen. Herzlich willkommen, Angela Ehlis. Wir sind schon ein bisschen drin in der Diskussion darüber, ob man die DDR verklären darf. Sie haben immer wieder das Unrecht angesprochen, das in der DDR war, und kämpfen trotzdem für einen selbstbewussten Umgang. Auch das haben wir gerade von Frau Geipel gehört mit der DDR-Vergangenheit. Warum? Wieso geht beides? Weil beides zusammengehört. Also ich glaube, man muss schon ganz klar sagen, so wie das Frau Geipel auch gesagt hat, es war ein Unrechtsstaat. Und es gab eine große Willkür und diese Willkür hat Angst gemacht. Und es gab die Stasi und es gab die Toten an der Mauer. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Und trotzdem gab es, was wir auch schon gehört haben, Lebensmöglichkeiten. Es gab Familie, es gab Freunde, es gab Liebe, es gab Feste, es gab Tod und alles das, was zum Leben dazugehört. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das ist so ein bisschen was Philosophisches. Ich denke schon, dass man sich auch in Nischen einrichten kann. Ich denke, dass man sich auch in widrigen Lebensumständen einrichten kann. Das ist ja auch eine Stärke. Das ist interessant. Das hat der User ja auch gerade angesprochen, genau das, was Sie sagen. Aber Sie haben sich ja entschlossen zu gehen, an einem bestimmten Punkt. Konnte man sich wirklich einrichten? Wie ging es Ihnen denn persönlich? Ich glaube, jeder Mensch tendiert dazu, sich in den Umständen, in denen er ist, sich einzurichten. Wir sehen jetzt demnächst diesen tollen Film von Nelson Mandela. Ich meine, der saß zig Jahre im Knast und hat sich da irgendwie eingerichtet und hat daraus auch irgendwie seine Kraft gezogen und ist danach freigelassen worden und hat gigantische Sachen gemacht. Das heißt aber einrichten, das heißt nicht, dass man das billig nimmt oder dass man nicht andere Visionen, nicht andere Ideen hätte. Und warum ich weggegangen bin, das hatte natürlich was damit zu tun, dass die DDR eine Mauer um sich drumherum hatte, dass ich nicht reisen konnte, wie ich wollte, dass ich beruflich mich nicht entfalten konnte, wie ich wollte und dass ich die Gelegenheit, die es dann gab, genutzt habe. Da war ich jung und habe noch sehr viel Mut und Kraft gehabt und habe gedacht, so jetzt versuche ich was Neues. Wenn man zurückblickt auf dieses Land, kann man dann bei allem Glück auch und einen Einschränkungen sagen, so wie es der Doku-Titel hier auch ist, nicht alles war schlecht. Das ist so ein platter Satz, natürlich kann man das sagen und trotzdem muss man sagen, Komma, aber. Nicht alles war schlecht, aber es gab ganz furchtbare Dinge, das heißt aber nicht, dass man dort nicht leben konnte. Das heißt auch nicht, dass es Dinge gab, von denen man sich vielleicht wünschte, dass es sie heute noch geben würde oder dass es Dinge gab, von denen man sagt, die hätte man vielleicht auch übernehmen können. Also es hätte nicht so eine Vereinnahmung vielleicht stattfinden sollen, sondern man hätte gucken können, was ist denn erhaltenswert gewesen von dieser DDR. Dann reden wir noch mal über dieses Komma, aber, was Sie gerade angesprochen hatten und was wir in der Diskussion fast schon angesprochen haben. Hier Andreas W. über Google Plus stellt eine sehr steile These auf. Lassen Sie sich mal von einem waschechten Ossi erklären, dass es für ein Unrechtsempfinden überhaupt keine Zeit gab. Die Gedanken drehten sich um alltägliche Dinge. Bei mir zum Beispiel, welche Baumaterialien organisiere ich wo, wann bekomme ich Zement. Da gehörte in erster Linie Vitamin B zum A und O. Herr Starke, hatten die Leute in der DDR keine Zeit, darüber nachzudenken, was um sie herum passiert? Ich finde es ganz lustig, dass das so gesagt wird, weil sozusagen so ein angstsozialisierendes Monster, wie es dargestellt wird, auch von Ihnen, das ist sozusagen nicht reales Leben gewesen. Es gab sehr viele Sorgen, allein wenn die Mutter früh zur Arbeit ging und vorher das Kind in den Kindergarten brachte, das ist durch einen Riesenkonflikt. Aber es gab auch Sicherheiten. Zum Beispiel die Sicherheit, dass wenn man eine Wohnung dann errungen hatte, die für sein Leben behalten konnte, niemand konnte ihn herausleben und die Miete konnte man auch bis zu seinem Lebensende bezahlen. Vor allen Dingen hatte man die Sicherheit, 15 Jahre auf die Wohnung zu warten. Ja, man musste länger warten. 10 Jahre auf den Trabant. Und man musste, genau, also wenn man studiert hatte, kriegte man einen Arbeitsplatz. Das sind Sicherheiten, die die Angst auch genommen haben. Und die haben, ich will Ihnen ein ganz einfaches Beispiel sagen. Wenn wir Jugendliche gefragt haben, was bemängeln Sie an der DDR, was hassen Sie? Und die Jugendlichen damals waren sehr kritisch gegenüber der DDR eingestellt. Und was bedeutet Ihnen die DDR positiv? Da wurden auch solche Dinge, wie diese Sicherheit im Alltag genannt, trotz aller Probleme. Und an der Spitze stand übrigens die Friedenspolitik. Die Menschen haben in der DDR in einem Land gelebt, in dem kein Krieg geführt wurde. Und das ist ein hoher Wert. Ja, ich möchte noch mal auf den Punkt kommen, der auch in der Frage angesprochen worden ist. Jetzt denke ich, dass wir ein bisschen akkreditieren, stimmt's? Ja, es entspricht doch nicht ganz meinem Lebensgefühl. Das muss ich schon mal sagen. Ich verstehe, was Sie mit Sicherheit sagen. Ich verstehe, was Sie mit bezahlbarem Wohnraum meinen. Und so weiter. Aber da ich mich zum Beispiel nicht nur für Zement und Baumarkt interessiert habe, war es mir dann doch teilweise ein bisschen zu eng. Und vor allen Dingen fand ich wirklich furchtbar diese Wilke. Man wusste nicht, man konnte für ein falsches Wort in den Knast gehen. Es konnte aber auch sein, man sagt das falsche Wort und es passiert nichts. Sie haben vor allen Dingen, wie die Zeit totgestellt wurde. Ja, mit diesem ebenen Fuschen nach Zementikation. Ich möchte gerne Frau Elis noch mal fragen. Sie durften kein Abitur machen in der DDR. Was war der Grund dafür? Also zunächst hat das was damit zu tun gehabt, dass in diesem Klassenverbund von ungefähr 30, 35 Schülern immer nur zwei oder drei Abitur machen konnten. Also es ging nicht nach den Leistungen. Ich habe meine 10. Klasse mit Auszeichnungen abgeschlossen, von daher hätte es gereicht. Sondern es ging um eine gewisse Minderheit. Und das waren dann halt die Leute, die gesagt haben, sie wären Offizier oder wo die Parteikarriere schon mehr oder weniger sicher war. Meine Eltern waren religiös. Meine Mutter war selbstständig. Die hatte einen Milch- und Käseladen. Das passte nicht ins System. Und da hat man mir gesagt, du kommst nicht auf die erweiterte Oberschule. Wie haben Sie denn darauf reagiert? Naja, das war natürlich für mich furchtbar. Ich wollte natürlich gerne studieren. Ich wollte damals Ärztin werden. Was sagen Sie dann, wenn jemand schreibt, wie Andreas, man hatte für Unrechtsbewusstsein im DDR-Leben überhaupt gar keine Zeit? Kann ich nichts dazu sagen, weil ich kenne den Menschen nicht. Es gibt auch heute Menschen, die haben für Unrecht keine Zeit. Also das kann ich nicht beurteilen. Mich hat das schon beschäftigt, auch damals. Dieser Ungerechtigkeitsbegriff war ja in der Frage von Andreas drin. Und ich glaube, den haben wir gerade in der Diskussion ein bisschen aus dem Blick fallen lassen. Wenn wir immer nur an das Verklärende denken, Herr Starke, wann werden wir dann die DDR in 25 Jahren als eine Art drolliges Kuriosum wahrnehmen, weil das Unrecht immer mehr ausgeblendet wird? Nein, ich möchte mal damit aufräumen. Ich denke nicht immer an das Verklärende. Ich sage auch nur, dass das eine wichtige Funktion im Leben eines Menschen hat. Und diese elende Vereinseitigung, das ist das, was wir auf dem Keks bin. Ich bin Forscher, ich bin Wissenschaftler. Ich strebe danach, dass differenzierte Dinge betrachtet werden. Und ich denke, dass man einfach normal mit dieser DDR-Fraktion umgehen muss. Dass man das, was gut war, eben zur Kenntnis nimmt. Und dass Menschen da gelebt haben, die waren fröhlich, so wie sie das ja auch gestanden haben. Und dass das mehr an den Vordergrund treten sollte, als immer wieder dieselben Sachen, die natürlich da waren. Aber davon kann man heute nicht allein nach vorn denken. Ja, wenn wir darüber reden, darf man die DDR verklären. Dann dürfen wir auch eine aktuelle Diskussion nicht vergessen, die immer wieder angestoßen wird. Zum Beispiel von Hubertus Knabe, dem Direktor der Stasi-Opfer-Gedenkstätte in Hohenschönhausen. Da geht es um die DDR-Symbole, die man auch immer wieder findet, auf DDR-Souvenirs, die verkauft werden am Checkpoint Charlie, zum Beispiel hier in Berlin. Und Hubertus Knabe sagt dazu ganz hart, das sollte man eigentlich verbieten. Dazu haben wir hier auch einige Usermeinungen, zum Beispiel von Jörg Ilchmann. Ob die Symbole der DDR so wie die Symbole des Dritten Reiches behandelt werden sollen, also verboten werden, finde ich nicht. Also, dass sie verboten werden sollen, findet er nicht. Viele ehemalige Bürger der DDR haben durchaus positive Erinnerungen an ihren Staat. Und bei allem Verständnis für die Opfer der Staatssicherheit sollte man diese trotzdem nicht verbieten. Gibt aber auch andere Meinungen, wie zum Beispiel von Matsche. Alle politischen DDR-Symbole müssen verboten werden. Es tut weh, welche Erinnerungen damit hervorgeholt werden. Und diese Meinung gehen wir mal bei uns ins Studiopublikum. Möchte ich Sie gerne mal fragen. Wie heißen Sie? Ich war Kevin. Sie haben gerade die Meinung gehört, auch Ihre Meinungssymbole eher verbieten. Haben wir Zirkel Ehrenkranz? Oder wie sehen Sie das? Ich finde also, wir sind hier auf Klassenfahrt und als wir durch das ehemalige Ostdeutschland gefahren sind, sieht man die Symbole überall. Also ich finde, ist das nicht eine Art Kultsymbol? Und sollte man es dann verbieten, wenn die Leute noch Erinnerungen daran haben, positive Erinnerungen vielleicht? Hat sie es gestört, als sie es gesehen haben? Nein. Okay. Frau Illes, was denken Sie, wenn Sie nicht nur diese Symbole sehen, sondern wenn Sie sehen, im vergangenen Mai haben altfordere Veteranen des Stasi-Wachregiments in Berlin Felix Dscherzynski in Vollmontur in Ihrer Uniform an sowjetischen Ehren mal einen Aufmarsch hingelegt. Jetzt haben Sie gerade gehört, der User sagt, Mensch, das tut einem weh. Können Sie das verstehen, dass das nicht gut ist? Also diesen Aufmarsch finde ich total schlimm. Das ist für mich aber was anderes als eine DDR-Fahne oder ein Ampelmännchen oder was weiß ich, das Atta-Symbol oder der Trabant. Da würde ich schon noch einen Unterschied machen. Würden Sie diesen Unterschied machen, Frau Geipel? Ja. Also natürlich wäre es immer besser, man bräuchte die Verbote nicht. Also wir hätten genügend Aufklärung auch in den Schulen und die Dinge wären klar. Wenn man natürlich aber Hubertus Knabe kennt und weiß, wo er ist und der sich jeden Tag die Geschichten der Opfer anhören muss, muss ich sagen, gewisses Verständnis habe ich auch dafür. Ich glaube, das ist überhaupt ein wichtiger Punkt, dass eben die Opfer des Systems, von denen Sie ja vorhin schon gesprochen haben, viel zu wenig Beachtung gefunden haben und dass diese ganzen Rehabilitationsmaßnahmen, die da mal auf den Weg gebracht wurden, im Wesentlichen eigentlich nichts gebracht haben. Also die Opfer wurden eigentlich wieder zu Opfern, weil sie dann plötzlich erklären sollten oder beweisen sollten, dass sie da im Gefängnis wirklich gefoltert worden sind, dass sie psychisch drangsaliert worden sind und die Ärzte, die sie damals mit Psychopharmaka behandelt haben, die sollten dann bestätigen, ob das der Fall war oder nicht. Das ist, glaube ich, das eigentliche Problem. Es geht nicht so sehr ums Verklären oder Nicht-Verklären, sondern ich glaube, es geht eher darum, dass die eigentlichen Geschichten noch gar nicht wirklich das Interesse gefunden haben und dass die wirklichen Opfer des Systems nicht rehabilitiert worden sind im Wesentlichen. Wenn Sie sich die Diskussion gemeinsam anschauen um das Verbot der Symbole, ist es so, dass die Opfer in dieser Diskussion eher außen stehen und nicht in der Mitte der Diskussion stehen? Wie ist Ihre Wahrnehmung? Sie sind vor allen Dingen über die Jahre hin verstummt. Also ich habe jetzt Studien gelesen, Schüler wollten in Thüringen mit Opfern sprechen, die in Gefängnissen gesessen haben und die Opfer sagen, es macht doch gar keinen Sinn mehr zu sprechen öffentlich. Warum macht das keinen Sinn mehr? Weil sie nicht gehört werden, weil sie außen vor stehen, weil... Weil sie vielleicht auch sehen, dass die Täter von 1 inzwischen wieder gut etabliert sind, super wohlhabend oder gut verdient und die Opfer sind meistens psychisch gebrochen, haben nicht wieder den Tritt ins Leben gefunden und sind irgendwo in ziemlich armseligen Lebensbedingungen. Herr Starke, was macht das mit unserer Erinnerungskultur, wenn wir darüber nachdenken, wie kann man über die DDR-Vergangenheit reden, wenn Opfer offenbar nicht mehr sich trauen, das Wort zu erheben und mitzureden in dieser Diskussion oder sagen, wir interessieren ja sowieso nicht? Ich habe diese Empfindung nicht. Ich lese viel über Opfer und sie haben natürlich ganz... meine Solidarität, da gibt es überhaupt gar keine Frage und alles, was getan werden muss, um da auch Psychisches abzuwenden und eben diese Menschen dann auch wieder fröhlich zu machen und zu integrieren, in die Hand zu reichen, ist da ganz selbstverständlich. Und was Symbol anbelangt... Aber es ist ja nicht selbstverständlich. Doch, es ist selbstverständlich. Aber es ist selbstverständlich, Herr Starke. Es passiert nicht gesellschaftlich. Also ich meine von meiner Haltung her. Es ist nicht gerade mein Forschungsgebiet. Und was die Symbole anbelangt, ich bin kein Fan von so Symbolen. Und wenn bestimmte Symbole auftreten, da habe ich keine guten Gefühle. Aber ich denke, es soll nicht ein Hubertus knappe darüber stimmen, was eine Familie so nachher an Andenken hat. Das halte ich für anmaßend in erster Ordnung. Sie sollen es selber entscheiden. Und wenn Sie zum Familienfest da vielleicht mal einen Orten anlegen, dann sollen Sie das tun. Und wenn Sie dann drüber spotten, dann haben Sie vielleicht eine größere Kritik an der DDR geübt. Wenn jemand kommt und sich anmaßt, das zu verbinden, das ist verlässerlich. Es hat sich ja nicht nur Herr Knab geäußert, auch die Ostbeauftragte der Bundesregierung, die Neue, ihres Gleike, fragt wörtlich, soll ich jetzt meine Ingenieursurkunde wegschmeißen, nur weil Hammer und Zirkel drauf zu sehen sind? Ist das eine angemessene Reaktion? Nein. Also Zirkel und Ehrenkreis usw., das sind erst mal unschuldige Symbole und nicht gar nicht so schlecht. Sind es für Sie unschuldige Symbole, Frau Geipel? Ach na ja, das Problem in dem Gespräch ist, dass es mir, also wir verhandeln ja Ideologien. Und ich hatte die Hoffnung, dass wir uns zu den Realitäten der DDR verhalten. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf ein paar Realitäten drauf und machen einen Realitäten-Check. Gut gedacht, schlecht gemacht, hieß es in der Dokumentation, die Sie gerade gesehen haben und im Anschluss an diese Sendung auch noch sehen werden. Hoffentlich, vor allem in der Familienpolitik, scheint die DDR damals moderner gewesen zu sein, als Deutschland heute 2014. Das Erste, was Gesamtdeutschland übernahm, war allerdings, was auch bei den Wessis für noch mehr freie Fahrt sorgte. Die Autos? Naja, aber die Ostampelmännchen. Mittlerweile blinken sie auch in Nordrhein-Westfalen. Laut einer Studie strahlen Ossis deutlicher als Wessis. Und auch der grüne Pfeil hat rübergemacht. Wessis, seht die Signale. War nicht alles schlecht im Frauenversteherstaat? Die DDR-Frauen, also, was Emanzipation, was Arbeiten, was Führungsrollen betrifft, aber mindestens 10 Jahre weiter als der Rest der Welt. 81% der DDR-Frauen arbeiteten. Heute liegt die Frauenerwerbsquote bei nur 68%. Arbeiten und Kinder kriegen, das wollte die DDR. Und das wollen heutige Politiker. Mit Kitas für alle. Ganztags-Kitas, Ganztags-Schulen, möglichst kostenfrei. Die DDR machte auf Papa Start. Hilfe für schwangere Studentinnen, mehr Urlaub für Mütter. Man hat versucht, Anreize zu schaffen, unterschiedlichster Art. Einer der wesentlichsten war mit Sicherheit, dass man Ehekredite vergeben hat. Paare konnten das Darlehen abkindern. Wer drei Kinder schaffte, war schuldenfrei. Ein Kredit für mehr Familie. Ohne Zinsen und du hattest 7 Jahre lang Zeit, den zurückzuzahlen. Klingt verlockend. Können wir von der DDR lernen? Aber heute ist Antiknotik. Und zwar mit kritischem Glück, sah die Jakob Kahn. Da wurde in einer DDR-Künstlerfamilie geboren, war gerade volljährig, als die Mauer fiel. Heute ist er Arzt im Hauptberuf und gleichzeitig ein Star der Berliner Lesebühnenszene. Jetzt ist er bei uns. Herzlich Willkommen bei Lock-In. Ich bin ein Star, das wüsste ich aber. Natürlich. Machen Sie machen. Wir mussten Sie jetzt ein bisschen pimpen. Sie wollten mich rausholen. Bei allem, was Sie in der Matz gerade gesehen haben, gute Erinnerungen an das Land Ihrer Eltern? Es gibt gute Erinnerungen, aber viele der Dinge, über die jetzt gerade gesprochen wurde, also gerade das Bildungssystem, habe ich jetzt nicht nur gute Erinnerungen. Trauern die Leute da einer Illusion, einer Utopie hinterher? Na, ich glaube, mir ist das alles zu retrograd. Ich glaube, was mich viel mehr interessiert, ist, was bedeutet das alles für heute? Das ist so für mich ein Thema. Was bedeutet zum Beispiel die Gleichberechtigung der Frau in der DDR für uns heute? Und ich glaube, wenn wir immer zurückgehen, dann hat eben jeder seine Erinnerung und die verfärbt das, was da war. Und wir reden viel zu wenig darüber, was eigentlich heute damit los ist und was das für uns bedeutet. Welche dieser Errungenschaften, die Sie gerade im Film gesehen haben, könnten Sie sich denn heute in der Bundesrepublik vorstellen? Na, dass jede Frau, die arbeiten will, auch arbeiten kann. Also da wäre ich ja erst mal sofort dafür. Und dass jeder, der möchte, sein Kind auch in eine Kindereinrichtung geben kann, das halte ich auch für sinnvoll. Wobei ich keinem wünsche, dass er sein Kind in die DDR-Kindereinrichtung gibt, weil die waren nicht alle gut. Dann steigen wir mal ins Detail ein, Sandra. Ja, und zwar nehmen wir uns erst mal das Bildungssystem, das Schulsystem her. Da sagen nämlich die meisten bei uns im Netz, die meisten User, Mensch, das war doch aber gut, da könnten wir uns doch mal von der DDR was abgucken. Hier jemand bei uns im Chat. Das DDR-Schulsystem wird in leicht modernisierter Form von genau den Ländern angewandt, die heute in der PISA-Studie führen. Während sich Deutschland mit seinem zerspalteten Schulsystem mit Mühe und Not im Mittelfeld hält. Dazu gibt es natürlich auch wieder eine andere Meinung von Kai-Christian Thomsen. Die DDR hat von den Nazis gelernt und deren Bildungssystem perfektioniert. Weg von den Eltern, die Kinder dem völligen Zugriff des Staates unterstellen. Für einen demokratischen Rechtsstaat, der das Grundgesetz und dessen Artikel 6 ernst nimmt, gibt es da nichts zu lernen. Also Einheitsschulen wie in der DDR, machen die auch Einheitsmenschen? Oder können wir uns da was abschauen, Frau Geipel? Entschuldigung. Ja, also wir sind ja durch diese Schulen gelaufen und ein starkes Verzweckungsmoment hatten und natürlich auch den Charakter der Ideologie. Das war schon sehr stark. Und das finde ich schon ganz gut, dass wir ein föderales Schulsystem heute haben. Und natürlich müssen die Schüler da durch. Aber diese Vielheit und dieses Entideologisierte, da bin ich schon sehr dafür. Haben Sie es auch so erlebt? Ich glaube, es ist ja auch eine Frage, welchen Freiheitsbegriff man hat. Also wir haben gerade gehört, dass eben nur, sagen wir mal, 5 bis 10 Prozent der Schüler konnten das Abitur machen, wenn sie es wollten. Und heute ist es durchaus anders. Und auch eine Vielzahl von Bildungskarrieren ist möglich. Und das ist wunderbar. Wir brauchen eben nicht nur Ärzte, die irgendwie ideologisch richtig ticken und dann auch noch die richtigen Eltern haben, sondern wir brauchen auch Ärzte, die einen anderen Erfahrungshintergrund haben. Und vieles von der Politik hat auch nicht funktioniert. Natürlich haben sich die Eliten auch wieder selbst reproduziert. Die drei Kinder, mit denen man seinen Kredit abgekindert hat, die bekamen vor allen Dingen immer die falschen Eltern, wie viele Soziologen fanden. Was heißt das denn? Das muss ich noch mal ganz kurz verstehen, für alle nicht-ostdeutschen Zuschauerinnen. Naja, die Idee war ja schon, dass eben dann auch die Ärzte und Architekten drei Kinder kriegen und dass die dann wieder drei Ärzte und drei Architekten werden. Das hat aber so nicht funktioniert. Die Ärzte und Architekten haben auch nur ein und maximal zwei Kinder bekommen. Und das war schon eine Hoffnung, die da auch so nicht aufhört ist. Da schließt die Planwirtschaft an Ihre Grenzen, Frau Elis. Ja, ich würde gern schon noch mal zu dieser Schulsache sagen. Also ich bin in den Kindergarten gegangen, zur DDR-Zeit und auch in die Schule. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass mir ist ein Einheitsmensch geworden. Ganz im Gegenteil. Also die Erfahrungen auch jetzt in den letzten 25 Jahren zeigen eigentlich eher, dass ich sehr eigenständig geblieben bin und gar nicht so sehr angepasst. Und wenn ich mir das Schulsystem heute angucke, um darauf zu kommen, was lernen wir für heute daraus, dann muss ich sagen, ich habe zwei schulpflichtige Kinder und das Schulsystem ist schon sehr auf Friss oder Stirb aus und hat auch nicht so sehr viel mit Persönlichkeitsbildung und Begabungsentfaltung zu tun, obwohl es vielfältig ist, obwohl es nicht rein ideologisch ist und nicht nur missbraucht wird. Ist da zu wenig nach der Wende drauf geschaut worden? Was können wir zum Beispiel an der Schule mitnehmen in die neuen Bundesländer? Das ist ja Ländersachen. Was heißt zu wenig drauf geschaut worden? Politisch wird ja immer alles Mögliche deklariert und da gibt es ganz viele Sonntagsreden. Ich glaube, es wird einfach zu wenig umgesetzt. Herr Starke, wie sehen Sie es? Was sehe ich? Hätte man mehr aus dem DDR-Schulsystem mit rübernehmen sollen nach der Wende? Das ging überhaupt nicht. Es geht ja im Grunde um die Idee, wenn heute festgestellt wird, dass eben im Grunde schon frühzeitig sozial sortiert wird und der Anteil, dass bewusst eine Bildungsunterschicht entsteht, da kann man natürlich die Erfahrungen im DDR berücksichtigen. Wie ist das gemacht worden, dass das nicht entstanden ist? Oder ich nehme ein anderes Beispiel. Sie sagten, die Kinder von den Ärzten. Also wenn Sie heute ungefähr 50- bis 60-jährige Frauen in den alten Bundesländern nehmen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, sind es über die Hälfte, die keine Kinder hatten. Haben, bis heute natürlich. Und in der DDR waren das 95 Prozent, die Kinder hatten. Also während des Studiums konnten Kinder geboren werden. Das war dann ab 70er Jahre möglich. Und jetzt hat mich ein Student aus Gießen angerufen, hat gesagt, gab es da nicht so was Studenten mit Kindern bei Ihnen? Ja, sage ich, im Verlauf des Studiums haben also 40 Prozent eigene Kinder bekommen. Und wäre denn das nicht was, jetzt bekommen die Ärzte und so weiter alle keine Kinder, könnte man nicht darüber nachdenken. Es geht nicht darum, das zu übernehmen. Das ist völlig falsch, weil das ganze System anders ist. Aber es geht um die Ideen, dass man sagt, sollen intellektuelle Kinder kriegen oder nicht, oder soll Deutschland aussterben? Also lieber nicht aussterben. Da muss man dafür sorgen, dass... Also das ist genau ein Punkt. Ich denke, man kann eben, um Gottes Willen, man kann ja heute nicht eine POS hinbauen und die Schüler darauf vorbereiten, sozusagen allseitig gebildete, sozialistische Schülerpersönlichkeiten zu werden. Sondern man braucht ja nicht... Allseitig gebildet wäre nicht schlecht, aber sozialistisch vielleicht nicht unbedingt. Allseitig gebildet wäre schon mal ganz okay. Schülerpersönlichkeit wäre auch was. Aber die Realität muss heute... Und man kann eben nicht so einen ganz kleinen Mosaikstein nehmen und sagen, oh, der ist doch ganz gut und den nehmen wir. Weil alles hing ja mit allem zusammen. Offensichtlich beschäftigt uns bis heute diese Diskussion, weil wir irgendwie das nicht ins Heute gebracht haben, was damals war. Ich finde, man könnte sehr provokant vielleicht fragen, Entschuldigung, ob nicht eine gewisse staatliche Verordnung an der Stelle sehr hilfreich ist. Das war eben zu DDR-Zeiten möglich. Da wurde etwas beschlossen und das wurde dann von oben nach unten durchgesetzt. Aber diese Diskussion läuft ja unglaublich intensiv. Aber heute wird vieles auch diesen Fliehkräften des Marktes überlassen und wird unter ökonomischen Gesichtspunkten gesehen. Und da gibt es eben nur noch wenig Betriebe mit Kindergärten dran gleich. Ich schaue in den Chat. Um das noch mal zu ergänzen. Sandra. Wir haben hier noch jemanden, Markus Meister, der noch mal auf die Schule zu sprechen kommt und sagt, ich glaube, dass insgesamt in der DDR das Bildungsniveau in der Breite höher gewesen ist und Allgemeinbildung und Grundwissen besser vermittelt worden sind, auch an leistungsschwächere Schüler. Stimmt das? Das große Problem besteht ja darin, dass wenn man über diese Sachen diskutiert, sofort also ein ideologisches Moment hineinkommt. Das wurde sofort gewertet, das wurde sofort politisch gewertet. Und das stört. Wir haben in unserem Institut, ich habe am Zentralinstitut für Jugendforschung in Leipzig gearbeitet, Untersuchungen der Intelligenz des gemachtes. Zum Beispiel im Bezug auf Mathematik. Wir stellten fest, dass der Intelligenzquotient in Bezug auf Mathematik weit höher war als in den alten Bundesländern. Wie kann das sein? Haben wir ja gefälscht. Es hielt unter anderem damit zusammen, dass die Mathematik-Altersbildung anders war und dass in der DDR auch Frauen sozusagen mathematische Leistungen vollbrachten in einem Maße, wie sie noch heute also ganz unvorstellbar sind, von klein auf. Also kann man sich überlegen, was waren das für Lehrbücher, was waren das für Lehrer, die Lehrer waren meist weiblich, auch die Mathematiklehrer. Also was kann man da überlegen? Sehen Sie uns ja zwingen sich ab, weil das im gesamten Land ist. Wir kommen an der Stelle, glaube ich, nicht auf einen grünen Punkt. Ich finde vor allen Dingen gut, dass an den Schulen heute ein Stück Welt da sein darf. Also diese eingeschlossene DDR mit dieser sehr reduzierten Welt, die wir vermittelt bekommen haben, da weiß ich nicht, kann man über Didaktik lange sprechen und auch über... Man hat ja auch mehr Zeit für Mathematik, weil man ja weniger mit Geografie beschäftigt war. Ja, ja, sozusagen gab es viele weiße Plätschen, aber das mag sein. Unsere User setzen sich auch gerade sehr kritisch mit der Frage der Kinderbetreuung auseinander in der DDR. Hier sagt zum Beispiel jemand, die Kinderbetreuung galt doch nur der ideologischen Kontrolle. Und wir haben hier Karl, Erwerbstätigkeit der Frau und Kinderbetreuung waren doch keine menschenfreundlichen Wohltaten. Die DDR brauchte die Frauen zum Aufbau des Sozialismus und die Kinderbetreuung kam der SED gerade recht, um den Einfluss der Partei auf die Kleinsten auszubauen. Erziehung zum sozialistischen Menschen. Da möchte ich sagen, auch heute dient die Kinderbetreuung nicht den menschlichen Wohltaten, sondern heute ist ein Fachkräftemangel, der viele Betriebe dazu zwingt, umzudenken. Wenn dieser Fachkräftemangel nicht so da wäre, dann würden die Betriebe auch nicht darüber nachdenken, Kindereinrichtungen einzurichten. Und in ihren Bauchladen, wie die Personaler das sagen, auch Kinderbetreuung mit reinzupacken, weil sonst die Ingenieure nicht mehr kommen. Heute schauen, glaube ich, eine Reihe von Müttern ein bisschen neidisch. Wenn Sie hören, in der DDR gab es für 80% der Kinder einen Krippenplatz und nicht nur wie heute für 40%. Die waren von 6 bis 18 Uhr geöffnet. Sie kosteten, glaube ich, 25 Mark. Heute kosten Sie das vielfache. Und trotzdem, Frau Geip, sprechen Sie von einer Erziehungsdiktatur. Wie meinen Sie das? Was passiert in diesen Kindergärten? Na ja, also wir sprechen ja davon, dass bestimmte Modelle ins Heute transformiert werden. Und ich bin schon sehr dafür zu schauen, was ist in diesen Häusern, in diesen Gebäuden tatsächlich passiert. Also was war das für ein Menschenbild? Was ist mit den Kindern passiert? Und wir haben ja gerade in den letzten Tagen im CDF mehreres gesehen. Und das ist schon sehr spürbar, dass auch nach wie vor nicht wenige ziemlich traumatisiert sind von diesen Einrichtungen. Und was eben, glaube ich, auch noch mal ein Punkt ist, wie nur ein konkretes Beispiel. Vor Wochen ist jetzt ein bisschen ein Bruch, gebe ich zu. Aber dass wir nicht nur über DDR-Vergangenheit, sondern das war ja die Forderung von Jakob, eine junge Frau, Mitte 30, also 76er-Jahrgang, spricht mich an nach einer Veranstaltung und sagt, können Sie mir helfen? Ich war vier Jahre, mein Vater war NVA-Offizier. Ich bin in Riesa groß geworden. Der Vater hat mich ins Krankenhaus gegeben für diese Pharmaversuche, die ja letztes Jahr so Thema geworden sind. Und das sind, ja, also wenn wir über Menschenbild sprechen, gehören diese Geschichten schon auch mit hineinerzählt. Und sie sagt natürlich, können Sie mir helfen? Ich will wissen, was meine Akte ist. Und so eine Frau kann man nicht sagen, na, geh nach Hause und verklär mal ein bisschen. Die will Tacheles, die will ihre Geschichte haben, die will wissen, wer sie ist. Und an den Stellen, das ist das, was mich wirklich umtreibt, weil das ist ja was, was wir jeden Tag auf den Tisch bekommen. Wir sind so eine Beratungsstelle, wo es um Körper geht. Und wo wir wirklich, das sind junge Menschen, die sind 35 Jahre, wo wirklich einiges passieren muss. Wenn wir darüber nachdenken, wie auch diese jungen Menschen heute vielleicht fragen würden, wie sah die Kinderbetreuung, aber auch die Rolle der Frau aus? Sie haben gerade angesprochen, wozu eigentlich die Kinderbetreuung da war. Natürlich, dass viele Frauen arbeiten konnten. Und wenn ich es richtig gelesen habe, 1989 arbeiteten 90 Prozent der Frauen in der DDR fast Vollzeit. Was würden Sie den jungen Frauen heute sagen? War das ein emanzipierteres Frauenbild zu dieser Zeit? Oder hatte das dann auch eine andere Seite? Also ich glaube schon, dass es sehr viel emanzipierter war. Und ich muss auch sagen, aus meiner Sozialisation her heraus kann ich mir gar nichts anderes vorstellen, als berufstätig sein zu wollen. Ich kenne das Modell, dass die Frau zu Hause ist und die Kinder versorgt und dem Mann die Hemden rauslegt und den Schlips zum Pemps passend sortiert und den Koffer packt oder sowas in der Art, kenne ich nicht so. Als ich damals nach Westdeutschland gegangen bin, Sie hatten es angesprochen, 1988, da habe ich noch sehr oft dieses Modell schon erlebt. Das hat, glaube ich, aber auch nachgelassen. Kiwi hat in dem Film, in der Dokumentation gesagt, die Frauen in der DDR waren im Rest der Welt zehn Jahre voraus. Ja, ich glaube schon. Glauben Sie auch? Moment, Moment. Also die Frauen waren nicht nur berufstätig, sie waren höher gebildet, teilweise als der Mann. In den 50er Jahren kam dieser Zustrom von Frauen an die Hochschulen. An den Hochschulen waren dann so 54 Prozent immer Frauen, an den Fachschulen bis 90 Prozent. Und das wirkte sich natürlich auf das Innere in den Familien aus, und zwar auch im Sinne einer inneren Demokratisierung. Und diese innere Demokratisierung in den Familien, die traf natürlich einen Widerspruch zu dem gesellschaftlichen System. 1989 wäre nie so verlaufen, ohne diese Emanzipation der Frauen. Hier jemand bei uns im Chat erst mal. Ganz kurz mal, Frau Geipfel, darauf noch mal. Ja, würde ich auch ein bisschen mehr differenzieren. Ich bin ja auch im Westen angelandet nach der Flucht und habe auch zu knacken gehabt, was einem traditionellen Frauenbild einem begegnet ist. Und ich glaube, da ist in den letzten 25 Jahren einiges passiert. Emanzipation ist in meinen Augen noch mal was anderes. Also diese Geschichte einfach immer nur zu leisten, zu arbeiten, zu arbeiten, Familie, Beruf und immer. Also diese Frage des Recht auf einen individuellen, eigenen Raum. Warum ist das so gewesen, dass die ostdeutschen Frauen nach 1989 sich massenhaft an Manager, an Männer im Westen orientiert haben und sie geheiratet haben? Ist das so? Ja, ja, die Zahlen, doch, die Zahlen sind da ziemlich eindeutig. Und da hatte ich den Eindruck, so stabil war diese Emanzipation der Frau im Osten nicht, wie wir sie uns gern im Danach erzählen wollen. Es gibt aber viele Stimmen im Netz, auch dieses dann wiederum anders sehen. Dazu noch ein kurzes Feedback hier von jemandem bei uns im Chat. Bis 1. Juli 1958 brauchten westdeutsche Frauen die Erlaubnis ihres Mannes, um arbeiten zu können. Bis 1976. Solche Sachen, ja, bis 1976, dann wurde das erst geändert im Gesetz. Solche Sachen waren in der DDR undenkbar. In vielen Alltagsdingen war die DDR liberaler als die Bundesrepublik. Aber Republik falsch geschrieben, da stellt man sich dann auch nochmal die Frage. Aber wir wollen hoffen, dass es den Geschwindigkeiten in 2 war. Naja, dann würde ich den User mal in Schutz nehmen. Das ist ein Tippfehler, das passiert schnell. Im Politbüro war nie eine Frau. Also was mich ein wenig jetzt stört, auch wehtut, ist, dass das so ausgewogen wird. Hier sind die Guten und die Schlechten und da sind die Guten und die Schlechten. Natürlich, wenn man sachlich darüber diskutiert, was es bedeutet, wenn Frauen berufstätig sind, wenn sie eine hohe Bildung haben und dass das auch Nachteile haben kann, dass das schwere Konflikte mit sich bringt. Aber ich bin dafür, dass man das nicht Ost gegen West ausspielt. Das bringt überhaupt nichts. Darum geht es ja nicht, sondern wir versuchen ja zu gucken, wie die Emanzipation der Frauen in der Zeit war. Und da haben wir doch, glaube ich, eine unterschiedliche Ansicht hier am Tisch, eine unterschiedliche Vorstellung davon, was emanzipiert heißt. Wie hätten Sie es bewertet, Hain? Also mein Eindruck ist eindeutig, dass durch die Wiedervereinigung ein ganz neuer Blickwinkel auf die Rolle der Frau in das neue Deutschland reingekommen ist und dass das durchaus sehr viele positive Konsequenzen hat. Ich glaube, wir wären heute nicht so weit mit der Gleichberechtigung ohne die DDR. Ich würde gerne mal ergänzen wollen, dass ich mich übrigens nie emanzipiert gefühlt habe. Und als ich dann in Westdeutschland war, hatte ich auch mit dieser ganzen Emanzipations- und Feminismusbewegung, habe ich eher gefremdet. Das war einfach selbstverständlich. Die waren nicht feministisch. Ganz eindeutig. Ich würde ganz gerne vorschlagen, dass wir gleich über ein weiteres Thema sprechen, nämlich darüber, wie Millionen junge Ostdeutsche fast in dem Alter wie Jakob Hain eigentlich die DDR nur noch ein bisschen kennengelernt haben, mit ihren Eltern darüber sprechen und genau diese Dinge auch zu Hause vielleicht diskutieren oder nicht. Das vertiefen wir gleich. Vor allem noch ganz viele Fragen von Ihnen zu Hause, die wir natürlich beantworten wollen. Genau, das machen wir gleich jetzt bei Login direkt. Das ist unsere Schnellfragerunde hier bei Login. Da sei Ihnen noch gesagt, dass Sie immer noch abstimmen können. Es läuft immer noch unser Boot auf login.zdf.de. Da können Sie abstimmen für Frau Geipel oder für Herrn Starke, die ich jetzt zu mir hierher bitte. Denn wir starten jetzt mit 2 Minuten 30, Login direkt. Da hat Herr Starke recht, dann nimmt er sich gleich sein Wasserglas mit, wenn es da viel zu reden gibt. Kurze Antworten werden. Super, Sie können ruhig ein bisschen näher kommen. Dann können Sie nämlich mitlesen. Und? Bereit? Ja. Dann sage ich 2 Minuten 30, Login direkt laufen. Jetzt. Erste Frage von TomTomTom an Herrn Starke. Haben Sie sich nie eingesperrt gefühlt? Doch, habe ich. Aber ich habe gedacht, es wird besser. Nächste Frage von Rami an Frau Geipel. Mich würde interessieren, wie es Ihnen gelungen ist zu fliehen. Über die grüne Grenze zwischen Ungarn und Österreich. Nächste Frage an Sie beide von CZERO 2.0. Haben Sie, falls vorhanden, Ihre Stasi-Akten gelesen? Und wenn ja, wie fühlt man sich in so einem Moment? Nein, ich habe schlicht gelesen. Das sind Dinge, die gegen meinen Willen angeregt worden sind. Und damit will ich nichts zu tun haben. Ich habe meine Akte gelesen, also die Akte über mich, die OPK-Akte. Es ist mir mehrere Wochen danach sehr schlecht gegangen, weil ich etwas erfahren habe, was mir sehr zugesetzt hat. Und nach diesen Wochen, also es gibt eine Wahrheit, die auch wehtut, aber nach diesen Wochen konnte ich das annehmen und bin heute sehr froh, weil sich dadurch mein Leben sehr verändert hat. Also ich bin schon sehr dafür, in diesen Akten überall sind Dinge, die was sehr Klärendes haben können. Was sehr Integrierendes für das eigene Leben. Da könnte man wahrscheinlich noch eine Extrasendung zu machen. Nächste Frage an Herrn Starke von Stefan Mack. Waren Jugendliche im östlichen oder westlichen Teil besser aufgeklärt über das Leben im jeweils anderen Staat? Also bei Aufklärung denke ich an etwas ganz anderes, aber das ist eine andere Frage. Jedenfalls ist es klar, dass sich die Ostdeutschen für diesen sehr adaktiven westdeutschen Staat interessiert haben. Vom Quellekatalog über das Fernsehen. Und das ist ja auch einer der wesentlichsten Gründe, weshalb man von diesem Reichstimmen etwas abhaben wollte. Vielleicht hat er die Frage ja auch so gemeint wie Sie. Patricia G., Frau Geipel, haben Sie noch mit Folgen des Dopings aus DDR-Zeiten zu kämpfen? Ja, der Körper vergisst nichts. Die Chemie ist drin. Und ich habe viele Jahre gebraucht, um praktisch mit sehr vielen Therapien, also chinesischer Medizin und so weiter, mich ein bisschen sauberer zu bekommen. Nächste Frage an Sie beide von Tom, Tom, Tom. Hatten Sie Freudentränen in den Augen, als die Mauer fiel? Nein, hatte ich nicht. Ich habe mir große Sorgen gemacht, wie es wahr geht. Ich habe richtig lange vor Freude geweint. Nächste Frage an Sie beide von Micha. Wäre es sinnvoll gewesen, Interviews mit ehemaligen DDR-Bürgern durchzuführen, um sie zu ent-DDR-Fizieren? Hätte ich gerne noch beantwortet gehabt, aber leider ist die Zeit um. Das war die Glocke, so sind die Regeln. Herzlichen Dank. Die Redaktion auf die Dokumentation im ZDF und Umfragen zeigen, Ost und West sind sich nicht unbedingt einig darüber, wie die Ostdeutschen in der DDR eigentlich lebten. Schon seltsam, wie sich auch 2014 einige Wessis die DDR und seine Bewohner vorstellen. Ossi, Ossi, Zoni, Ossi. Fahnenappell, Ferienlager, Jugendweihe. Menschen aus den neuen Bundesländern sind eine eigene Ethnie. Sie haben ihre spezifische Geschichte, sie haben spezifische kulturelle Standards, Verhaltensweisen auch im Alltag, die man so im Westen nicht findet. Ossi, für eine Westfirma sogar mal ein Ablehnungsgrund. Die hatten doch nix in der Besatzungszone. 40 Jahre enteignetes Leben. Keine Selbstbestimmung, keine Freiheit. Ist doch klar, dass Ossis ein eigenes Volk sind. Viel sensibler als die Dampfwalzen aus dem Westen. Immer diese Besserwessis. Den Ossis reicht's. Wenn da jetzt nach 20 Jahren wieder jemand kommt, der das meint, wieder besser zu wissen, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen sollen, dann reißt er die alten Wunden wieder auf. Doch nun stochern die eigenen Kinder in der DDR-Vergangenheit. Die jungen Ossis wollen reden. Aber nicht über Schrebergarten und Zusammenhalt, sondern darüber, wie es wirklich war. Schweigen oder schwelgen? Braucht die DDR-Vergangenheit eine neue Aufarbeitung? Die DDR-Vergangenheit eine neue Aufarbeitung? Wieso wollen Sie gerade jetzt über eine neue Aufarbeitung der DDR reden? Warum gerade jetzt, weiß ich nicht so richtig. Wir stolpern ja von Jahrestag zu Jahrestag. Sie kommen im Einjahres-, im Fünfjahrestakt. Und wir haben festgestellt, dass eigentlich immer die ähnlichen Menschen, aber zumindest die ähnlichen Positionen, die Geschichte der DDR verhandeln. Und jetzt könnte man sagen, wir sind so jung, es hat mit uns doch alles nichts mehr zu tun. Aber wir sind eben doch in diesem Land geboren und haben feststellen müssen, dass unsere Eltern relativ wenig von damals erzählen. Und wenn, dann eben den Schrebergarten, den FKK-Urlaub oder die Ärgernis an der Mauer. Was war Ihre erste große Frage, die sich eigentlich in diesem Rückblick gestellt hat? An Ihre Eltern? Können Sie sich noch erinnern? Ja, meine Frage ist immer, wie war es für euch? Okay. Konnten Sie mit den Eltern drüber reden? Haben Sie darauf beantworten können? Bei uns zu Hause ist es relativ unproblematisch, weil meine Eltern eine Distanz zum System hatten. Und je größer die war, umso einfacher ist es immer. Aber viele der Menschen, die ich kenne, für die ist es sehr schwer, weil die Eltern dann glauben, jetzt kommt die Inquisition durch das eigene Kind. Wie wird das dann gelöst? Ganz lange die dicken Bretter bohren, nicht weggehen und sich wirklich dafür interessieren, was die eigene Geschichte ist und nicht die Schablone der Geschichte, die wir ohnehin alle kennen. Sind das schmerzhafte Geschichten? Also da muss man zu erklären, Sie treffen sich auf Tagungen mit vielen, vielen anderen, reden über diese Themen auch. Das, was Sie dann von denjenigen hören, bei denen es vielleicht nicht so rund läuft. Sind das schmerzhafte Geschichten? Je politischer ein Leben damals war oder das der Eltern, umso schmerzhafter kann es sein. Aber Schmerz hat ja auch immer was Befreiendes. Wenn man einmal im Gespräch ist, wenn man die Eltern oder auch die Großeltern an der Angel hat, dann ist das für die eine Befreiung, endlich auch mal die Mistgeschichten von damals erzählen zu können. Die eine Sache ist es, mit den Eltern drüber zu reden. Was mir in der Vorbereitung der Sendung aufgefallen ist, die Hälfte der 14- bis 24-Jährigen in Ost- und in Westdeutschland sagen, dass sie eher wenig über die Lebensverhältnisse in der DDR wissen. Was haben Sie eigentlich in der Schule drüber gelernt? Ist da gar nicht drüber gesprochen worden? Tja, gar nicht so viel. Auf der einen Seite war die DDR sehr präsent, weil wir als Kinder aus dieser Zeit kamen und die Lehrer auch. Gleichzeitig war sie abwesend, weil der Geschichtsunterricht immer 1949 zu Ende war. Das Schuljahr war zu Ende. Die DDR kam nicht dran. Wir konnten das dort nicht verhandeln. Es gab noch keine Sprache dafür. Und das ist etwas, was jetzt noch nachgeholt werden muss. Spannende Geschichte. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter. Und vorher schauen wir, wie Sie das zu Hause sehen. Sandra. Ja, wir haben hier zum Beispiel noch Ralf Blum über Google Plus, der meint, die Menschen in den neuen Bundesländern haben, viel zu erzählen und gerade mit ihrer Erfahrung viel zu unserer Demokratie beizutragen. Man kann deswegen aber nicht gleich den DDR-Staat hochjubeln. Also offen über die Vergangenheit reden. Kann man dadurch unserer Demokratie helfen, Frau Geipel? Absolut. Also Erfahrung ist ein Kapital. Und die Ostdeutschen auch mit dieser Bruchgeschichte 1989 haben dieses Kapital. Sie mussten ja nach 1989 alle sich sehr umschauen. Und das auch ist ja ein Erfahrungswert. Und insofern, glaube ich, kann man schon gut hinhören. Man kann viel erfahren. Und Erfahrung ist ja die Möglichkeit, eine Wiederholung auch zu verhindern. Nämlich in dem Moment, wo man diese Erfahrung wirklich öffentlich macht und Gesellschaft dadurch auch verändert. Ist das, Jakob Hain, eine Möglichkeit, die wir jetzt auch angehen sollten, wenn wir darüber nachdenken, wie wir eine neue Aufarbeitung, 25 Jahre nach Mauerfall, DDR-Geschichte auch leisten können, mehr Gespräche in die Familien zu bringen, so wie es Johannes Stemmler anregt? Also ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Und ich würde auch, also es gibt ja kein zentralistisches Schulsystem mehr, aber ich würde auf jeden Fall die Forderung aufstellen, dass Geschichtsunterricht nicht mehr 1949 enden darf. Wir wissen, dass das viel zu viel passiert und viel zu gewöhnlich ist. Und das darf nicht sein. Frau Ehlis, nur jeder dritte Brandenburger Schüler wusste vor einigen Jahren, dass die DDR die Mauer gebaut hatte, hat eine Studie der FU Berlin rausgefunden und nur 30 Prozent aktuell der Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland ordnen die DDR als Diktatur ein. Was läuft da schief an den Schulen? Was an allen Schulen schiefläuft, das kann ich nicht einschätzen. Schockt Sie diese Zahl? Natürlich. Oder ist das auch egal? Nee, das ist überhaupt nicht egal. Aber die Frage ist halt, wie kann man es ändern? Und ich denke halt, ein wesentliches Moment ist, dass man eben versucht, Dinge zu begreifen. Also nicht nur einzubimsen. Das nützt ja jetzt auch nichts, wenn die Kinder dann irgendwie mit Zahlen und Fakten zugestopft werden, sondern wirklich zu versuchen zu verstehen. Und da möchte ich gerne nochmal ansetzen bei dem, was wir eben besprochen haben. Natürlich ist es wichtig, in den Familien zu sprechen. Nur so weit, wie ich mich zum Beispiel damit beschäftigt habe, mit der Geschichte meiner Eltern zum Beispiel, die halt noch den Zweiten Weltkrieg und seine Auswirkungen erlebt haben, die vertrieben wurden, die auch in Lagern gewesen sind, muss ich sagen, schon mal, diese Geschichte ist nicht aufgearbeitet in den Familien. Da gibt es schon Traumata. Und dann kommt für die, die in der DDR sozialisiert wurden, noch diese Geschichte obendrauf. Also es gibt ganz, ganz viel zu bereden. Sie lesen auch an ostdeutschen Schulen Geschichten vor. Wie wird da über dieses Thema geredet? Haben die Lehrer auch 25 Jahre nach dem Mauerfall die Freiheit, wirklich offen darüber zu sprechen? Oder wie erleben Sie das? Naja, das ist eine ziemlich orthodoxe Angelegenheit. Also wir haben natürlich sehr engagierte Lehre. Wir haben kluge Fragen der Schüler, ist klar. Und wir haben die Lehrer, die mit zu Mund und verschränkten Armen vor einem stehen und sagen, habt ihr jetzt noch eine Frage? Bitte, Frau Galpe, gehen Sie raus. Also es gibt diese ganze Palette. Und klar ist das über die Zeit, die letzten 25 Jahre in der Breite. Zu wenig an den ostdeutschen Schulen eben aus dieser Abwehrgeschichte heraus passiert ist. Dazu sagt einer unserer User, der DDR wird in den Lehrplänen nicht genug Raum gegeben. Man müsste nur mal ehemalige DDRler einladen und schon wäre das Ganze besser. Und wir haben noch eine Userin hier, die mal auf den Tisch haut, weil es ihr nicht passt, wenn Wessis, Ossis erklären, wie die DDR zu bewerten ist. Steffi Simone Zimmer, niemand, der nicht im Osten aufgewachsen ist, kann sich ein Urteil erlauben. Liebe Steffi Simone Zimmer, das finde ich genau falsch. Das ist genau ein Kardinalfehler. Fragen wir mal unser Publikum. Kommen Sie aus Westdeutschland oder aus Ostdeutschland? Westdeutschland, Gladbeck. Okay, wie sehen Sie es dann? Die Wessis dürfen in dieser Frage nicht mitreden? Also ich finde, wir sind ein Land und jeder Ostdeutscher das Recht über Westdeutschland zu reden und andersrum genauso. Wie sehen Sie es? Ja, man kann darüber reden, aber ein Urteil, wir können nicht mitreden. Herr Hain, Sie haben sich gerade wahnsinnig aufgeregt. Sie können mich nicht, wenn ich mich wahnsinnig aufrede. Ich denke, das ist genau der Punkt, dass jemand, dass wenn der letzte Rentner in Garmisch-Partenkirchen versteht, was die DDR mit ihm zu tun hatte, dann sind wir vielleicht an einem Punkt, der akzeptabel ist. Das finde ich wichtig. Ich will es jetzt ganz gerne mal an Herrn Ständer geben. Wie erleben Sie das? Gehen Sie auf Partys? Wie können Sie mit Westdeutschen über Ihre Geschichte reden? Begegnen Sie da Arroganz oder begegnen Sie da neugierige Offenheit? Bis vor wenigen Jahren waren die Gespräche dann zu Ende, als es darum ging, wo ich herkomme, nämlich aus Dresden. Heute ist das der Beginn eines Witzes und dann kommt man in das Gespräch und man kommt in Geschichten, die einfach noch nicht so oft erzählt worden sind. Und das ist dann spannend. Wie reagieren Sie in so einer Situation? Beispiel? Als Dresdner war ich gesegnet mit einem Dialekt. Den habe ich mir ein bisschen abgeschliffen, weil ich genau diese Momente nicht mehr erleben wollte. Und den bringen Sie dann und dann ist das Eis gebrochen? Genau, wenn ich ihn jetzt bringe, sind die Leute kurz verstört, dann spreche ich wieder normal. Und dann reden wir über Geschichte, dann reden wir über schwierige Themen und das macht auch Spaß. Steht dieses ewige Ost-West-Ding dieser Diskussion, dieser Aufarbeitung im Weg, Frau Ehlis? Wie nehmen Sie es wahr? Es kommt immer darauf an, wie man diskutiert. Also man kann das ja auch wirklich witzig machen, man kann auch mal provokant sein, aber wenn man interessiert ist und neugierig, dann ist schon mal vieles gewonnen. Also wenn ich in meine empirischen Zahlen gucke, Ost-West-Untersführung, dann stelle ich fest, dass die junge Generation das völlig anders sieht. Sie lebt heute und sie hat einen gemeinsamen staatlichen Hintergrund und sie bewältigt das heute. Das bedeutet aber nicht, dass sie über die Vergangenheit nicht fähig ist, nachzudenken. Das wird ihnen vielleicht manchmal ausgetrieben, aber es ist nicht so. Und das hängt sehr von den Familien ab. Wie ist das Vertrauensverhältnis und wie können Sie darüber reden? Und genau das, natürlich kann sich einer aus Bayern ein Urteil über den Sachsen bilden. Ich bitte auch darum. Aber wenn er mir vorschreibt, wie ich gelebt habe in der DDR und nur so sagen, dass er mir irgendwelche Phrasen in den Kopf knallt, dann bin ich bereit, ihn auch aufzuklären. Und ohne dieses Gespräch geht es nicht. Es geht nicht darum, dass man ständig die Menschen in zwei Kästen haut, da und da, sondern man muss das Verbindende suchen. Und dazu gehört übrigens auch die Liebe. Wir waren doch schon ein bisschen weiter im Gespräch. Wir haben hier unter unseren Usern einige Ansichten, die sagen, Moment mal, es gibt so ein paar Sachen, die sind jetzt heute irgendwie auch nicht anders als in DDR-Zeiten. Hier ein Gast in unserem Chat. Neokolonialisierung, genehmigte CIA-Foltergefängnisse mitten in Europa und gnadenloser Raubbau an der Natur machen für mich klar, unser kapitalistisches, pseudodemokratisches System ist dem der DDR in der Summe nicht wirklich überlegen. Ronny Pasemann, was haben wir denn heute? Starrsinnige Parteibonsen oder auch etablierte Parteien genannt, die faktisch eine Einheitspartei Deutschland sind. Die Stasi, ein Vergleich, auch ständige Überwachung des Mail- und Telefonverkehrs heute, das Erstellen von Bewegungsprofilen mithilfe der Handysignatur. Über solche Möglichkeiten wäre die Stasi unglaublich glücklich gewesen. Das ist bei uns im Netz echt oft aufgetaucht, so ein Stasi-NSA-Überwachungsvergleich. Kann man den ziehen, Frau Geipel? Sie lachen so. Naja, man sieht ja, es gibt viel Ärger, es gibt viel Zorn. Und dann kann man eigentlich immer nur wieder anfangen und versuchen, das zu differenzieren. Was hat eine Staatssicherheit? Was war ihr möglich? Was hat sie gemacht? Und was haben wir heute an Problemen, die wir gemeinsam natürlich, also das kann man nicht hinnehmen, diese NSE-Geschichte, das ist klar. Trägt dieser Frust über die Verhältnisse heute, über solche Sachen, aber auch über Arbeitslosigkeit, vor allem auch in den neuen Bundesländern, Löhne, die immer noch geringer sind als in den alten Bundesländern, trägt der zur Verklärung dann auch bei, dass man sagt, so... Ja, natürlich spielt das auch eine gewisse Rolle, dass wenn also Unterschiede, die bestehen, es gibt ja viele Unterschiede, die sind sehr liebenswert. Und es gibt soziale Unterschiede im Ost-West, die noch sehr lange bestehen werden, allein weil im Osten eben die Industrie nicht so tragend ist oder überhaupt nicht tragend ist. Und das bleibt natürlich auch. Und auch weil die Oberschicht nicht so reichlich ist wie im Osten, wie die im Westen und die Armen vielleicht auch nicht, weniger arm. Aber trotzdem ist das so, dass diese junge Generation jetzt vor eine Aufgabe gestellt ist, nämlich an diesem nicht so sehr Ost-West-Verhältnis, sondern an ihrem eigenen Leben zu zimmern. Und da, wenn Sie dann darüber nachdenken und sagen, ich lasse mich doch nicht ständig mit irgendwelchen Geschichten aus der Vergangenheit zuschütten, wo ich doch heute sehr viele Probleme habe. Die Geschichten aus der Vergangenheit, die müssen dazu beitragen, dass man das heute kritischer sieht. Sagt Frau Starke und damit sind wir am Ende unserer Sendung und wollen unbedingt wissen, wie Sie zu Hause diese Diskussion gevotet haben. Ja, wir hatten unser Vot laufen diese ganze Stunde lang zur Frage, darf man die DDR verklären? Wer ist heute stärker? Ist es Frau Geipel oder ist es Herr Starke? Und hier kommt unser Ergebnis. Darf man die DDR verklären? Ja, sagt Herr Starke und nein, sagt Frau Geipel. Und ihr geht heute Abend zu 56 Prozent mit Herrn Starke. Aber das ist ein knappes Ergebnis. Sie sind immer an dieser Stelle, dass Sie Sie im Fall der Künftigen wirklich sympathisch sind. Jetzt haben wir jetzt gerade zu Beginn in der Runde. Jetzt habe ich eine ganz kurze Schlussfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort, denn die Uhr tickt angelehnt an eine Kurzgeschichte von Jakob Hain. Angenommen, Sie können in eine DDR-Zeitmaschine steigen und nochmal zurückreisen. Was würden Sie dort machen? Eine Aktion, Frau Elis. Wieder die schönen Sommerurlaube in Rumänien oder Bulgarien im Gebirge. Und es ist völlig egal, ob man sechs oder acht Wochen weg ist, weil man macht keine Karriere. Was würden Sie tun? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Herr Hain. Aussteigen, Tür zu, Maschine kaputt machen. Frau Geipel, was würden Sie tun? Durch den Kindheitswald laufen. Und damit gehen wir ins Netz. Genau, also zur Verklärung der DDR fasse ich nochmal zusammen. Da haben es unsere User hier so inhaltlich auch so kontrovers gesehen. Und ich würde mal sagen, so knapp, wie auch dieses Voting ausgegangen ist. Die sind nicht ganz einig. Also es gibt gute und schlechte Seiten an der DDR. Das wird da immer wieder betont. Abgucken von der DDR, das sagen die meisten User, sollte man sich doch irgendwie was vom Bildungssystem, wenn auch nicht die ganze Ideologie, die da abgelaufen ist. Und ich habe noch zwei Kommentare zum Schluss rausgesucht, die ich einfach sehr passend fand. Eike in unserem Chat, die Mutter soll einem doch mal erklären, wie Kinderkriegen ist. Das geht nicht. Man muss es erlebt haben. Und so ist das auch mit der DDR. Jeder hat sie eben anders erlebt. Und hier sagt noch jemand abschließend zu diesem Abend, in der DDR wäre eine solche Diskussion wie heute unmöglich gewesen. Das sollte man nie vergessen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend alle unsere Gäste waren und mit uns diskutiert haben. Auch Johannes Stemmler. Und jetzt geht es auf ZDF-Info weiter mit dem zweiten Teil der Doku. Nicht alles war schlecht. Sehnsucht, Trotz und Rock'n'Roll. Ja, viel Spaß weiterhin vor dem Fernseher. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu Login. Login.zdf.de. Nicht vergessen zu klicken. Bis dann. Schönen Abend. Meine Solidarität, da gibt es überhaupt gar keine Frage. Und alles, was getan werden muss, um da auch Psychisches abzuwenden und eben diese Menschen dann auch wieder fröhlich zu machen und zu integrieren, in die Hand zu erreichen, ist doch ganz selbstverständlich. Und was Symbole anbelangt, doch, es ist selbstverständlich. Aber es ist selbstverständlich, Herr Stark. Es passiert nicht gesellschaftlich. Also ich meine von meiner Haltung her. Es ist nicht gerade mein Forschungsgebiet. Und was die Symbole anbelangt, ich bin kein Fan von so von Symbolen. Und wenn bestimmte Symbole auftreten, da habe ich keine guten Gefühle. Aber ich denke, es soll nicht ein Hubertus knapp darüber stimmen, was eine Familie sozusagen nach an Andenken hat. Das halte ich für anmaßend in erster Ordnung. Sie sollen selber entscheiden. Und wenn Sie zum Familienfest vielleicht mal einen Ort anlegen, dann sollen Sie das tun. Und wenn Sie dann drüber spotten, da haben Sie vielleicht eine größere Kritik an der DDR geübt, als wenn jemand kommt und sich anmaßt, das zu verbinden. Es hat sich ja nicht nur Herr Knab geäußert, auch die Ostbeauftragte der Bundesregierung, die Neue Iris Gleike, fragt wörtlich, soll ich jetzt meine Ingenieursurkunde wegschmeißen, nur weil Hammer und Zirkel drauf zu sehen sind. Ist das eine angemessene Reaktion? Nein, also Zirkel und Ehrenkreis und so weiter, das sind erstmal unschuldige Symbole und nicht gar nicht so schlecht. Sind es für Sie unschuldige Symbole, Frau Geipel? Ach naja, das Problem für in dem Gespräch ist, dass es mehr, also wir verhandeln ja Ideologien. Und ich hatte die Hoffnung, dass wir uns zu den Realitäten der DDR verhalten. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf ein paar Realitäten drauf und machen einen Realitäten-Check. Gut gedacht, schlecht gemacht, hieß es in der Dokumentation, die Sie gerade gesehen haben und im Anschluss an diese Sendung auch noch sehen werden, hoffentlich. Vor allem in der Familienpolitik scheint die DDR damals moderner gewesen zu sein als Deutschland heute 2014. Das erste, was Gesamtdeutschland übernahm, war allerdings, was auch bei den Wessis für noch mehr freie Fahrt sorgte. Die Autos? Naja, aber die Ostampelmännchen. Mittlerweile blinken sie auch in Nordrhein-Westfalen. Laut einer Studie strahlen Ossis deutlicher als Wessis. Und auch der grüne Pfeil hat rüber gemacht. Wessis, seht die Signale. Die DDR-Frauen, also was Emanzipation, was Arbeiten, was Führungsrollen betrifft, aber mindestens zehn Jahre weiter als der Rest der Welt. 81 Prozent der DDR-Frauen arbeiteten. Heute liegt die Frauenerwerbsquote bei nur 68 Prozent. Arbeiten und Kinder kriegen, das wollte die DDR. Und das wollen heutige Politiker. Mit Kitas für alle. Ganztags Kitas, Ganztags Schulen, möglichst kostenfrei. Die DDR machte auf Papa Start. Hilfe für schwangere Studentinnen, mehr Urlaub für Mütter. Man hat versucht, Anreize zu schaffen, unterschiedlichster Art. Einer der wesentlichsten war mit Sicherheit, dass man Ehekredite vergeben hat. Paare konnten gerade mit ihrer Erfahrung viel zu unserer Demokratie beizutragen. Man kann deswegen aber nicht gleich den DDR-Staat hochjubeln. Also offen über die Vergangenheit reden, kann man dadurch unserer Demokratie helfen, Frau Geipel? Absolut. Also Erfahrung ist ein Kapital. Und die Ostdeutschen, auch mit dieser Bruchgeschichte 89, haben dieses Kapital. Sie mussten ja nach 89 alle sich sehr umschauen. Und das auch ist ja ein Erfahrungswert. Und insofern, glaube ich, kann man schon gut hinhören. Man kann viel erfahren. Und Erfahrung ist ja die Möglichkeit, eine Wiederholung auch zu verhindern. Nämlich in dem Moment, wo man diese Erfahrung wirklich öffentlich macht und Gesellschaft dadurch auch verändert. Ist das, Jakob Hein, eine Möglichkeit, die wir jetzt auch angehen sollten, wenn wir darüber nachdenken, wie wir eine neue Aufarbeitung 25 Jahre nach Mauerfall der DDR-Geschichte auch leisten können, mehr Gespräche in die Familien zu bringen, so wie es Johannes Stemmler anregt? Also ich finde, das ist eine sehr gute Idee und ich würde auch, also es gibt ja kein zentralistisches Schulsystem mehr, aber ich würde auf jeden Fall die Forderung aufstellen, dass Geschichtsunterricht nicht mehr 1949 enden darf. Wir wissen, dass das viel zu viel passiert und viel zu gewöhnlich ist und das darf nicht sein. Frau Elis, nur jeder dritte Brandenburger Schüler wusste vor einigen Jahren, dass die DDR die Mauer gebaut hatte, hat eine Studie der FU Berlin herausgefunden und nur 30 Prozent aktuell der Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland ordnen die DDR als Diktatur ein. Was läuft da schief an den Schulen? Was an allen Schulen schiefläuft, das kann ich nicht einschätzen. Schockt Sie diese Zahl? Natürlich. Oder ist das auch egal? Nee, das ist überhaupt nicht egal, aber die Frage ist halt, wie kann man es ändern? Und ich denke halt, ein wesentliches Moment ist, dass man eben versucht, Dinge zu begreifen, also nicht nur einzubimsen, das nützt ja jetzt auch nichts, wenn die Kinder dann irgendwie mit Zahlen und Fakten zugestopft werden, sondern wirklich zu versuchen zu verstehen und da möchte ich gerne nochmal ansetzen bei dem, was wir eben besprochen haben. Natürlich ist es wichtig, in den Familien zu sprechen, nur soweit wie ich mich zum Beispiel damit beschäftigt habe, mit der Geschichte meiner Eltern zum Beispiel, die halt noch den Zweiten Weltkrieg und seine Auswirkungen erlebt haben, die vertrieben wurden, die auch in Lagern gewesen sind, muss ich sagen, schon mal diese Geschichte ist nicht aufgearbeitet in den Familien. Da gibt es schon Traumata. Und dann kommt für die, die in der DDR sozialisiert wurden, noch diese Geschichte obendrauf. Also es gibt ganz, ganz viel zu bereden. Sie lesen auch an ostdeutschen Schulen Geschichten vor. Wie wird da über dieses Thema geredet? Haben die Lehrer auch 25 Jahre nach dem Mauerfall die Freiheit wirklich offen darüber zu sprechen oder wie erleben Sie das? Naja, das ist eine ziemlich orthodoxe Angelegenheit. Also wir haben natürlich sehr engagierte Lehre, wir haben kluge Fragen der Schüler, ist klar. Und wir haben die Lehre, die mit zu Mund und verschränkten Armen vor einem steht. Keine Selbstbestimmung. Keine Freiheit. Ist doch klar, dass Ossis ein eigenes Volk sind. Viel sensibler als die Dampfwalzen aus dem Westen. Immer diese Besserwessis. Den Ossis reicht's. Wenn da jetzt nach 20 Jahren wieder jemand kommt, der das meint, wieder besser zu wissen, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen sollen, dann reißt er die alten Wunden wieder auf. Doch nun stochern die eigenen Kinder in der DDR-Vergangenheit. Die jungen Ossis wollen reden. Aber nicht über Schrebergarten und Zusammenhalt, sondern darüber, wie es wirklich war. Schweigen oder schwelgen? Braucht die DDR-Vergangenheit eine neue Aufarbeitung? Die DDR-Vergangenheit eine neue Aufarbeitung ist, weil sie zu jung sind. Seit zwei Jahren gibt es die Initiative Dritte Generation für die Jahrgänge 75 bis 85, die noch in der DDR geboren wurden. Die wollen mit ihren Eltern drüber reden und endlich etwas über diese fremde DDR erfahren. Und organisiert hat es Johannes Stemmler. Hier ist er. Herzlich Willkommen bei Lockheed. Wieso wollen Sie gerade jetzt über eine neue Aufarbeitung der DDR reden? Warum gerade jetzt, weiß ich nicht so richtig. Wir stolpern ja von Jahrestag zu Jahrestag. Sie kommen im Einjahres-, im Fünfjahrestakt. Und wir haben festgestellt, dass eigentlich immer die ähnlichen Menschen, aber zumindest die ähnlichen Positionen, die Geschichte der DDR verhandeln. Und jetzt könnte man sagen, wir sind so jung, es hat mit uns doch alles nichts mehr zu tun. Aber wir sind eben doch in diesem Land geboren und haben feststellen müssen, dass unsere Eltern relativ wenig von damals erzählen. Und wenn, dann eben den Schrebergarten, den FKK-Urlaub oder die Ärgernis an der Mauer. Was war Ihre erste große Frage, die sich eigentlich in diesem Rückblick gestellt hat an Ihre Eltern? Können Sie sich noch erinnern? Ja, meine Frage ist immer, wie war es für euch? Okay. Konnten Sie mit Ihren Eltern drüber reden? Haben Sie darauf antworten können? Bei uns zu Hause ist es relativ unproblematisch, weil meine Eltern eine Distanz zum System hatten. Und je größer die war, umso einfacher ist es immer. Aber viele der Menschen, die ich kenne, für die ist es sehr schwer, weil die Eltern dann glauben, jetzt kommt die Inquisition durch das eigene Kind. Wie wird das dann gelöst? Ganz lange die dicken Bretter bohren, nicht weggehen und sich wirklich dafür interessieren, was die eigene Geschichte ist und nicht die Schablone der Geschichte, die wir ohnehin alle kennen. Sind das schmerzhafte Geschichten? Also da muss man zu erklären, Sie treffen sich auf Tagungen mit vielen, vielen anderen, reden über diese Themen auch. Das, was Sie dann von denjenigen hören, bei denen es vielleicht nicht so rund läuft. Sind das schmerzhafte Geschichten? Je politischer ein Leben damals war, oder dass der Eltern, umso schmerzhafter kann es sein. Aber Schmerz hat ja auch immer was Befreiendes. Wenn man einmal im Gespräch ist, wenn man die Eltern oder auch die Großeltern an der Angel hat, dann ist das für die eine Befreiung, endlich auch mal die... ...hinein erzählt und sie sagt natürlich, können Sie mir helfen, ich will wissen, was meine Akte ist. Und so eine Frau kann man nicht sagen, na geh nach Hause und verklär mal ein bisschen. Die will Tacheles, die will ihre Geschichte haben, die will wissen, wer sie ist. Und an den Stellen, das ist das, was mich wirklich umtreibt, weil das ist ja was, was wir jeden Tag auf den Tisch bekommen. Wir sind so eine Beratungsstelle, wo es um Körper geht und wo wir wirklich, das sind junge Menschen, die sind 35 Jahre, wo wirklich einiges passieren muss. Wenn wir darüber nachdenken, wie auch diese jungen Menschen heute vielleicht fragen würden, wie sah die Kinderbetreuung, aber auch die Rolle der Frau aus? Sie haben gerade angesprochen, wozu eigentlich die Kinderbetreuung da war. Natürlich, dass viele Frauen arbeiten konnten. Und wenn ich es richtig gelesen habe, 1989 arbeiteten 90 Prozent der Frauen in der DDR, fast Vollzeit. Was würden Sie den jungen Frauen heute sagen? War das ein emanzipierteres Frauenbild zu dieser Zeit oder hatte das auch eine andere Seite? Also ich glaube schon, dass es sehr viel emanzipierter war. Und ich muss auch sagen, aus meiner Sozialisation heraus kann ich mir gar nichts anderes vorstellen, als berufstätig sein zu wollen. Ich kenne das Modell, dass die Frau zu Hause ist und die Kinder versorgt und dem Mann die Händen rauslegt und den Schlips zum Hemd passend sortiert und den Koffer packt oder sowas in der Art, kenne ich nicht so. Als ich damals nach Westdeutschland gegangen bin, Sie hatten es angesprochen, 1988, da habe ich noch sehr oft dieses Modell schon erlebt. Das hat, glaube ich, aber auch nachgelassen. Kiwi hat in dem Film, in der Dokumentation gesagt, die Frauen in der DDR waren im Rest der Welt zehn Jahre voraus. Ja, ich glaube schon. Glauben Sie auch? Moment, Moment. Also die Frauen waren nicht nur berufstätig, sie waren höher gebildet, teilweise als der Mann. In den 50er Jahren kam dieser Zustrom von Frauen an die Hochschulen. An den Hochschulen waren dann so 54 Prozent immer Frauen, an den Fachschulen bis 90 Prozent. Und das wirkte sich natürlich aus, das Innere in den Familien aus, und zwar auch im Sinne einer inneren Demokratisierung. Und diese innere Demokratisierung in den Familien, die trat natürlich in den Widerspruch zu dem gesellschaftlichen System. Das ist wirklich ein starker. 1989 wäre nie so verlaufen, ohne diese Emanzipation der Frauen. Interessante These. Ganz kurz mal, Frau Geipfel, darauf nochmal. Ja, würde ich ja auch ein bisschen mehr differenzieren. Ich bin ja auch im Westen angelandet nach der Flucht und habe auch zu knacken gehabt, was an traditionellen Frauenbild einem begegnet ist. Und ich glaube, da ist in den letzten 25 Jahren einiges passiert. Emanzipation ist in meinen Augen nochmal was anderes. Also diese Geschichte einfach immer nur zu leisten, zu arbeiten, zu arbeiten, Familie, Beruf und immer. Also diese Frage des Recht auf einen individuellen, einen eigenen Raum. Warum ist das so gewesen, dass die ostdeutschen Frauen nach 1989 sich massenhaft an Manager, an Leute, also an Männer im Westen orientiert haben und sie geheiratet haben? Ist das so? Ja, ja, die Zahlen, doch. Ich bin dafür, dass man das nicht, also Ost gegen West ausspielt. Das bringt überhaupt nichts. Aber darum geht es ja nicht, sondern wir versuchen ja zu gucken, wie die Emanzipation der Frauen in der Zeit war. Und da haben wir doch, glaube ich, eine unterschiedliche Ansicht hier am Tisch, eine unterschiedliche Vorstellung davon, was emanzipiert heißt. Wie hätten Sie es bewertet, Hain? Also mein Eindruck ist eindeutig, dass durch die Wiedervereinigung ein ganz neuer Blickwinkel auf die Rolle der Frau in das neue Deutschland reingekommen ist. Und dass das durchaus sehr viele positive Konsequenzen hat. Ich glaube, wir wären heute nicht so weit mit der Gleichberechtigung ohne die DDR. Ich würde gerne mal ergänzen wollen, dass ich mich übrigens nie emanzipiert gefühlt habe. Und als ich dann in Westdeutschland war, hatte ich auch mit dieser ganzen Emanzipations- und Feminismusbewegung, habe ich eher gefremdet. Das war einfach selbstverständlich. Die war nicht feministisch. Ganz eindeutig. Ich würde ganz gerne vorschlagen, dass wir gleich über ein weiteres Thema sprechen, nämlich darüber, wie Millionen junge Ostdeutsche, fast in dem Alter wie Jakob Hain, eigentlich die DDR nur noch ein bisschen kennengelernt haben, mit ihren Eltern darüber sprechen. Und genau diese Dinge auch zu Hause vielleicht diskutieren oder nicht. Das vertiefen wir gleich. Vor allem noch ganz viele Fragen von Ihnen zu Hause, die wir natürlich beantworten wollen. Genau, das machen wir gleich jetzt bei Login direkt. Das ist unsere Schnellfragerunde hier bei Login. Da sei Ihnen noch gesagt, dass Sie immer noch abstimmen können. Es läuft immer noch unser Boot auf login.zdf.de. Da können Sie abstimmen für Frau Geipel oder für Herrn Starke, die ich jetzt zu mir hierher bitte. Denn wir starten jetzt mit 2 Minuten 30 Login direkt. Da hat Herr Starke recht. Dann nimmt er sich gleich sein Wasserglas mit, wenn es da viel zu reden gibt. Kurze Antworten. Super, Sie können ruhig ein bisschen näher kommen. Dann können Sie nämlich mitlesen. Und, bereit? Ja. Dann sage ich 2 Minuten 30 Login direkt laufen jetzt. Erste Frage von TomTomTom an Herrn Starke. Haben Sie sich nie eingesperrt gefühlt? Doch, habe ich. Aber ich habe gedacht, es wird besser. Nächste Frage von Ramian Frau Geipel. Mich würde interessieren, wie es Ihnen gelungen ist zu fliehen. Über die grüne Grenze zwischen Ungarn und Österreich. Nächste Frage an Sie beide von Cicero 2.0. Haben Sie, falls vorhanden, Ihre Stasi-Akten gelesen? Und wenn ja, wie fühlt man sich in so einem Moment? Nein, ich habe schlicht gelesen. Das sind Dinge, die gegen meinen Willen angelegt worden sind. Und damit will ich nichts zu tun haben. Ich habe meine Akte gelesen, also die Akte über mich, die OPK-Akte. Es ist mir mehrere Wochen danach sehr schlecht gegangen, weil ich etwas erfahren habe, was mir sehr zugesetzt hat. Und nach diesen Wochen, also es gibt eine Wahrheit, die auch wehtut, aber nach diesen Wochen konnte ich das annehmen und bin heute sehr froh, weil sich dadurch mein Leben sehr verändert hat. Also ich bin schon sehr dafür, in diesen Akten überein sind... Vom Quelle-Katalog über das Fernsehen. Und das ist ja auch einer der wesentlichsten Gründe, weshalb man von diesem Bereich denn etwas abhaben wollte. Vielleicht hat er die Frage ja auch so gemeint, wie Sie. Patricia G., Frau Geipel, haben Sie noch mit Folgen des Dopings aus DDR-Zeiten zu kämpfen? Ja, der Körper vergisst nichts. Die Chemie ist drin und ich habe viele Jahre gebraucht, um praktisch mit sehr vielen Therapien, also chinesischer Medizin und so weiter, mich ein bisschen sauberer zu bekommen. Nächste Frage an Sie beide von TomTomTom. Hatten Sie Freudentränen in den Augen, als die Mauer fiel? Nein, hatte ich nicht. Ich habe mir große Sorgen gemacht, wie es aber geht. Ich habe richtig lange vor Freude geweint. Nächste Frage an Sie beide von Micha. Wäre es sinnvoll gewesen, Interviews mit ehemaligen DDR-Bürgern durchzuführen, um sie zu ent-DDR-Fizieren? Hätte ich gerne noch beantwortet gehabt, aber leider ist die Zeit um. Das war die Glocke, so sind die Regeln. Herzlichen Dank. Die Ration auf die Dokumentation im ZDF und Umfragen zeigen, Ost und West sind sich nicht unbedingt einig darüber, wie die Ostdeutschen in der DDR eigentlich lebten. Und schon seltsam, wie sich auch 2014 einige Wessis die DDR und seine Bewohner vorstellen. Ossi, Ossi, Zoni, Ossi. Fahnappell, Ferienlager, Jugendweihe. Menschen aus den neuen Bundesländern sind eine eigene Ethnie. Sie haben ihre spezifische Geschichte, sie haben spezifische kulturelle Standards, Verhaltensweisen auch im Alltag, die man so im Westen nicht findet. Ossi, für eine Westfirma sogar mal ein Ablehnungsgrund. Die hatten doch nichts in der Besatzungszone. 40 Jahre enteignetes Leben. Keine Selbstbestimmung. Keine Freiheit. Ist doch klar, dass Ossis ein eigenes Volk sind. Viel sensibler als die Dampfwalzen aus dem Westen. Immer diese Besserwessis. Den Ossis reicht's. Wenn da jetzt nach 20 Jahren wieder jemand kommt, der das meint, wieder besser zu wissen, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen sollen, dann reißt er die alten Wunden wieder auf. Doch nun stochern die eigenen Kinder in der DDR-Vergangenheit. Die jungen Ossis wollen reden. Aber nicht über Schrebergarten und Zusammenhalt, sondern darüber, wie es wirklich war. Schweigen oder schwelgen? Braucht die DDR-Vergangenheit eine neue Aufarbeitung? Die DDR-Vergangenheit eine neue Aufarbeitung ist, weil sie zu jung sind. Seit zwei Jahren gibt es die Initiative Dritte Generation für die Jahrgänge 75 bis 85. Arbeiten zu arbeiten, Familie, Beruf und immer diese Frage des Recht auf einen individuellen, eigenen Raum. Warum ist das so gewesen, dass die ostdeutschen Frauen nach 89 sich massenhaft an Manager, an Leute, also an Männer im Westen orientiert haben und sie geheiratet haben? Ja, die Zahlen sind da ziemlich eindeutig. Und da hatte ich den Eindruck, so stabil war diese Emanzipation der Frau im Osten nicht, wie wir sie uns gern eben danach erzählen wollen. Es gibt aber viele Stimmen im Netz, auch die sie es dann wiederum anders sehen. Dazu noch ein kurzes Feedback hier von jemandem bei uns im Chat. Bis 1. Juli 1958 brauchten westdeutsche Frauen die Erlaubnis ihres Mannes, um arbeiten zu können. Bis 1976. Bis 1976, dann wurde das erst geändert im Gesetz. Solche Sachen waren in der DDR undenkbar. In vielen Alltagsdingen war die DDR liberaler als die Bundesrepublik. Aber Republik falsch geschrieben, da stellt man sich dann auch nochmal die Frage. Aber wir wollen hoffen, dass es der Geschwindigkeit im Zweifel war. Das ist ein Tippfehler, das passiert schnell. Im Politbüro war nie eine Frau und ein Tier. Also was mich ein wenig jetzt stört, auch wehtut, ist, dass das so ausgewogen wird. Hier sind die Guten und die Schlechten und da sind die Guten und die Schlechten. Natürlich, wenn man sachlich darüber diskutiert, was es bedeutet, wenn Frauen berufstätig sind, wenn sie eine hohe Bildung haben. Und dass das auch Nachteile haben kann, dass das schwere Konflikte mit sich bringt. Aber ich bin dafür, dass man das nicht Ost gegen West ausspielt. Das bringt überhaupt nichts. Aber darum geht es ja nicht, sondern wir versuchen ja zu gucken, wie die Emanzipation der Frauen in der Zeit war. Und da haben wir doch, glaube ich, eine unterschiedliche Ansicht hier am Tisch, eine unterschiedliche Vorstellung davon, was emanzipiert heißt. Wie hätten Sie es bewertet, Hain? Also mein Eindruck ist eindeutig, dass durch die Wiedervereinigung ein ganz neuer Blickwinkel auf die Rolle der Frau in das neue Deutschland reingekommen ist. Und dass das durchaus sehr viele positive Konsequenzen hat. Ich glaube, wir wären heute nicht so weit mit der Gleichberechtigung ohne die DDR. Ich würde gerne mal ergänzen wollen, dass ich mich übrigens nie emanzipiert gefühlt habe. Und als ich dann in Westdeutschland war, hatte ich auch mit dieser ganzen Emanzipations- und Feminismusbewegung, habe ich eher gefremdet. Das war einfach selbstverständlich. Die war nicht feministisch. Ganz eindeutig. Ich würde ganz gerne vorschlagen, dass wir gleich über ein weiteres Thema sprechen, nämlich darüber, wie Millionen junge Ostdeutsche fast in dem Alter wie Jakob Hain eigentlich die DDR nur noch ein bisschen kennengelernt haben, mit ihren Eltern darüber sprechen und genau diese Dinge auch zu Hause vielleicht diskutieren oder nicht. Das vertiefen wir gleich. Vor allem noch ganz viele Fragen von Ihnen zu Hause, die wir natürlich beantworten wollen. Genau, das machen wir gleich jetzt bei Login direkt. Das ist unsere Schnellfragerunde hier bei Login. Da sei Ihnen noch gesagt, dass Sie immer noch abstimmen können. Es läuft immer noch unser Boot auf login.zdf.de. Da können Sie abstimmen für Frau Geipel oder für Herrn Starke, die nicht rehabilitiert worden sind im Wesentlichen. Wenn Sie sich die Diskussion gemeinsam anschauen um das Verbot der Symbole, ist es so, dass die Opfer in dieser Diskussion eher außen stehen und nicht in der Mitte der Diskussion stehen? Wie ist Ihre Wahrnehmung? Sie sind vor allen Dingen über die Jahre hin verstummt. Also ich habe jetzt Studien gelesen, Schüler wollten in Thüringen mit Opfern sprechen, die in Gefängnissen gesessen haben und die Opfer sagen, es macht doch gar keinen Sinn mehr zu sprechen öffentlich. Warum macht das keinen Sinn mehr? Weil Sie nicht gehört werden, weil Sie außen vor stehen. Weil Sie vielleicht auch sehen, dass die Täter von einst inzwischen wieder gut etabliert sind, super wohlhabend oder gut verdient. Und die Opfer sind meistens psychisch gebrochen, haben nicht wieder den Tritt ins Leben gefunden und sind irgendwo in ziemlich armseligen Lebensbedingungen. Herr Starke, was macht das mit unserer Erinnerungskultur, wenn wir darüber nachdenken, wie kann man über die DDR-Vergangenheit reden, wenn Opfer offenbar nicht mehr sich trauen, das Wort zu erheben und mitzureden in dieser Diskussion? Oder sagen, wir interessieren ja sowieso nicht. Ich habe diese Empfindung nicht. Ich lese viel über Opfer und Sie haben natürlich ganz meine Solidarität, da gibt es überhaupt gar keine Frage. Und alles, was getan werden muss, um da auch Psysisches abzuwenden und eben diese Menschen dann auch wieder fröhlich zu machen und zu integrieren, in die Hand zu erreichen, ist doch ganz selbstverständlich. Aber es ist ja nicht selbstverständlich. Doch, es ist selbstverständlich. Aber es ist selbstverständlich, Herr Starke. Es passiert nicht. Also ich meine von meiner Haltung her. Es ist nicht gerade mein Forschungsgebiet. Und was die Symbole anbelangt, ich bin kein Fan von so von Symbolen. Und wenn bestimmte Symbole auftreten, dann habe ich keine guten Gefühle. Aber ich denke, es soll nicht ein Hubertus-Knappe darüber stimmen, was eine Familie so nachher an Andenken hat. Das halte ich für anmaßend in erster Ordnung. Sie sollen selber entscheiden. Und wenn Sie zum Familienfest vielleicht mal einen Ort anlegen, dann sollen Sie das tun. Und wenn Sie dann überspotten, da haben Sie vielleicht eine größere Kritik an der DDR geübt, als wenn jemand kommt und sich anmaßt, das zu verbinden. Ich halte das für lächerlich. Es hat sich ja nicht nur Herr Knab geäußert, auch die Ostbeauftragte der Bundesregierung, die neue Iris Gleicke, fragt wörtlich, soll ich jetzt meine Ingenieursurkunde wegschmeißen, nur weil Hammer und Zirkel drauf zu sehen sind. Ist das eine angemessene Reaktion? Nein. Also Zirkel und Ehrenkreis und so weiter, das sind erst mal unschuldige Symbole und nicht gar nicht so schlecht. Sind das für Sie unschuldige Symbole, Frau Geipel? Ach na ja, das Problem für ihn in dem Gespräch ist, dass es mehr, also wir verhandeln ja Ideologien. Und ich hatte die Hoffnung, dass wir uns zu den Realitäten der DDR verhalten. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf ein paar Realitäten drauf und machen einen Realitäten-Check. Gut gedacht, schlecht gemacht, hieß es in der Dokumentation, die Sie gerade gesehen haben und im Anschluss an diese Sendung auch noch sehen werden. Und hoffentlich, vor allem in der Familienpolitik, scheint die DDR damals moderner gewesen zu sein als Deutschland heute 2014. Das erste, was Gesamtdeutschland übernahm, war allerdings, was auch bei den Wessis für noch mehr freie Fahrt sorgte. Die Autos? Na ja. Wenn wir angelegt worden sind und damit will ich nichts zu tun haben. Ich habe meine Akte gelesen, also die Akte über mich, die OPK-Akte. Es ist mir mehrere Wochen danach sehr schlecht gegangen, weil ich etwas erfahren habe, was mir sehr zugesetzt hat. Und nach diesen Wochen, also es gibt eine Wahrheit, die auch wehtut, aber nach diesen Wochen konnte ich das annehmen und bin heute sehr froh, weil sich dadurch mein Leben sehr verändert hat. Also ich bin schon sehr dafür, in diesen Akten überall sind Dinge, die was sehr Klärendes haben können. Was sehr Integrierendes für das eigene Leben. Da könnte man wahrscheinlich noch eine Extrasendung zu machen. Nächste Frage an Herrn Starke von Stefan Mack. Waren Jugendliche im östlichen oder westlichen Teil besser aufgeklärt über das Leben im jeweils anderen Staat? Also bei Aufklärung denke ich an etwas ganz anderes, aber das ist eine andere Frage. Jedenfalls ist es klar, dass sich die Ostdeutschen für diesen sehr attraktiven westdeutschen Staat interessiert haben. Von Quelle, Katalog, über das Fernsehen. Und das ist ja auch einer der wesentlichsten Gründe, weshalb man von diesem Bereich Stimme etwas erwarten wollte. Vielleicht hat er die Frage ja auch so gemeint wie Sie. Patricia G., Frau Geipel, haben Sie noch mit Folgen des Dopings aus DDR-Zeiten zu kämpfen? Ja, der Körper vergisst nichts. Die Chemie ist drin und ich habe viele Jahre gebraucht, um praktisch mit sehr vielen Therapien, also chinesischer Medizin und so weiter, mich ein bisschen sauberer zu bekommen. Nächste Frage an Sie beide von Tom, Tom, Tom. Hatten Sie Freudentränen in den Augen, als die Mauer fiel? Nein, hatte ich nicht. Ich habe mir große Sorgen gemacht, wie es war, geht. Ich habe richtig lange vor Freude geweint. Nächste Frage an Sie beide von Micha. Wäre es sinnvoll gewesen, Interviews mit ehemaligen DDR-Bürgern durchzuführen, um Sie zu ent-DDR-Fizieren? Hätte ich gerne noch beantwortet gehabt, aber leider ist die Zeit um. Das war die Glocke, so sind die Regeln. Herzlichen Dank. Die Regeln auf die Dokumentation im ZDF und Umfragen zeigen, Ost und West sind sich nicht unbedingt einig darüber, wie die Ostdeutschen in der DDR eigentlich lebten. Schon seltsam, wie sich auch 2014 einige Wessis die DDR und seine Bewohner vorstellen. Ossi, Ossi, Zoni, Ossi. Fahnenappell, Ferienlager, Jugendweihe. Menschen aus den neuen Bundesländern sind eine eigene Ethnie. Sie haben ihre spezifische Geschichte, sie haben spezifische kulturelle Standards, Verhaltensweisen auch im Alltag, die man so im Westen nicht findet. Ossi, für eine Westfirma sogar mal ein Ablehnungsgrund. Die hatten doch nichts im Hauptberuf und gleichzeitig ein Star der Berliner Lesebühnen-Szene. Jetzt ist er bei uns. Herzlich Willkommen bei Lock-In. Ich bin ein Star, das wüsste ich aber. Ja, natürlich. Wir mussten Sie jetzt ein bisschen pimpen. Sie wollten mich rausholen. Bei allem, was Sie in der Matz gerade gesehen haben, gute Erinnerungen an das Land Ihrer Eltern? Es gibt gute Erinnerungen, aber viele der Dinge, über die jetzt gerade gesprochen wurde, also gerade das Bildungssystem, habe ich jetzt nicht nur gute Erinnerungen. Trauern die Leute da einer Illusion, einer Utopie hinterher? Nein, ich glaube, mir ist das alles zu retrograd. Ich glaube, was mich viel mehr interessiert ist, was bedeutet das alles für heute? Das ist so für mich ein Thema. Was bedeutet zum Beispiel die Gleichberechtigung der Frau in der DDR für uns heute? Und ich glaube, wenn wir immer zurückgehen, dann hat eben jeder seine Erinnerung und die verfärbt das, was da war. Und wir reden viel zu wenig darüber, was eigentlich heute damit los ist und was das für uns bedeutet. Welche dieser Errungenschaften, die Sie gerade im Film gesehen haben, könnten Sie sich denn heute in der Bundesrepublik vorstellen? Na, dass jede Frau, die arbeiten will, auch arbeiten kann. Also da wäre ich ja erst mal sofort dafür. Und dass jeder, der möchte, sein Kind auch in eine Kindereinrichtung geben kann, das halte ich auch für sinnvoll. Wobei ich keinem wünsche, dass er sein Kind in die DDR-Kindereinrichtungen gibt, weil die waren nicht alle gut. Dann steigen wir mal ins Detail ein, Sandra. Ja, und zwar nehmen wir uns erst mal das Bildungssystem, das Schulsystem her. Da sagen nämlich die meisten bei uns im Netz, die meisten User, Mensch, das war doch aber gut, da könnten wir uns doch mal von der DDR was abgucken. Hier jemand bei uns im Chat. Das DDR-Schulsystem wird in leicht modernisierter Form von genau den Ländern angewandt, die heute in der PISA-Studie führen. Während sich Deutschland mit seinem zerspalteten Schulsystem mit Mühe und Not im Mittelfeld hält. Dazu gibt es natürlich auch wieder eine andere Meinung von Kai Christian Thomsen. Die DDR hat von den Nazis gelernt und deren Bildungssystem perfektioniert. Weg von den Eltern, die Kinder dem völligen Zugriff des Staates unterstellen. Für einen demokratischen Rechtsstaat, der das Grundgesetz und dessen Artikel 6 ernst nimmt, gibt es da nichts zu lernen. Also Einheitsschulen wie in der DDR, machen die auch Einheitsmenschen? Oder können wir uns da was abschauen, Frau Geipfel? Entschuldigung. Ja, also wir sind ja durch diese Schulen gelaufen und ein starkes Verzweckungsmoment hatten und natürlich auch den Charakter der Ideologie. Das war schon sehr stark. Und das finde ich schon ganz gut, dass wir ein föderales Schulsystem heute haben. Natürlich müssen die Schüler da durch. Aber diese Vielheit und dieses Entideologisierte, da bin ich schon sehr dafür. Haben Sie es auch so erlebt? Ich glaube, es ist ja auch eine Frage, welchen Freiheitsbegriff man hat. Also wir haben gerade gehört, dass eben nur, sagen wir mal, 5 bis 10 Prozent der Schüler... ...Sicherheiten, die die Angst auch genommen haben. Und die haben, ich will Ihnen ein ganz einfaches Beispiel sagen. Wenn wir Jugendliche gefragt haben, was bemängeln sie an der DDR, was hassen sie? Und die Jugendlichen damals waren sehr kritisch gegenüber der DDR eingestellt. Und was bedeutet ihnen die DDR positiv? Da wurden auch solche Dinge wie diese Sicherheit im Alltag genannt, trotz aller Probleme. Und an der Spitze stand übrigens die Friedenspolitik. Die Menschen haben in der DDR in einem Land gelebt, in dem kein Krieg geführt wurde. Und das ist ein hoher Wert. Ja, ich möchte noch mal auf den Punkt kommen, der auch in der Frage angesprochen worden ist. Jetzt denke ich, das war ein bisschen Akkultation, stimmt's? Naja, es entspricht doch nicht ganz meinem Lebensgefühl, das muss ich schon mal sagen. Ich verstehe, was Sie mit Sicherheit sagen, ich verstehe, was Sie mit bezahlbarem Wohnraum meinen und so weiter. Aber da ich mich zum Beispiel nicht nur für Zement und Baumarkt interessiert habe, war es mir dann doch teilweise ein bisschen zu eng. Und vor allen Dingen fand ich wirklich furchtbar diese Wilke. Man wusste nicht, man konnte für ein falsches Wort in den Knast gehen. Es konnte aber auch sein, man sagt das falsche Wort und es passiert nichts. Sie haben vor allen Dingen, wie die Zeit totgestellt wurde, ja, mit diesem ehemaligen Fischen-Nationalen-Gebiet. Ich möchte gerne Frau Elis noch mal fragen, Sie durften kein Abitur machen in der DDR. Was war der Grund dafür? Also zunächst hat das was damit zu tun gehabt, dass in diesem Klassenverbund von ungefähr 30, 35 Schülern immer nur zwei oder drei Abitur machen konnten. Also es ging nicht nach den Leistungen. Ich habe meine zehnte Klasse mit Auszeichnung abgeschlossen, von daher hätte es gereicht. Nein, sondern es ging um eine gewisse Minderheit und das waren dann halt die Leute, die gesagt haben, sie wären Offizier oder wo die Parteikarriere schon mehr oder weniger sicher war. Meine Eltern waren religiös, meine Mutter war selbstständig, die hatte einen Milch- und Käseladen, das passte nicht ins System. Und da hat man mir gesagt, du kommst nicht auf die erweiterte Oberschule. Wie haben Sie denn darauf reagiert? Naja, das war natürlich für mich furchtbar. Ich wollte natürlich gerne studieren, ich wollte damals Ärztin werden. Was sagen Sie dann, wenn jemand schreibt hier wie Andreas, man hatte für Unrechtsbewusstsein im DDR-Leben überhaupt gar keine Zeit? Kann ich nichts dazu sagen, weil ich kenne den Menschen nicht. Es gibt doch heute Menschen, die haben für Unrecht keine Zeit. Also das kann ich nicht beurteilen. Mich hat es schon beschäftigt, auch damals. Dieser Ungerechtigkeitsbegriff war ja in der Frage von Andreas drin und ich glaube, den haben wir gerade in der Diskussion ein bisschen aus dem Blick fallen lassen. Wenn wir immer nur an das Verklärende denken, Herr Starke, wann werden wir dann die DDR in 25 Jahren als eine Art drolliges Kuriosum wahrnehmen, weil das Unrecht immer mehr ausgeblendet wird? Nein, ich möchte mal damit aufräumen. Ich denke nicht immer an das Verklärende. Ich sage nur, dass das eine wichtige Funktion im Leben eines Menschen hat. Und diese elende Vereinseitigung, das ist das, was wir auf dem Keks blicken. Ich bin Forscher, ich bin Wissenschaftler. Ich strebe danach, dass differenziert die Dinge betrachtet werden. Und ich denke, dass man einfach normal mit dieser DDR-Vergangenheit umgehen muss. Dass man das, was gut war, eben zur Kenntnis nimmt. Und dass Menschen da gelebt haben, die waren fröhlich, so wie sie das ja auch gestanden haben. Und dass das mehr in den Vordergrund treten sollte, als immer wieder dieselben Sachen, die natürlich da waren. Aber davon kann man heute nicht allein nach vorn denken. Ja, wenn wir darüber reden, darf man einfach abstimmen. Und es sind natürlich zwei DDR-Vergangenheiten, zwei Meinungen. Ihre fehlt uns noch, die können Sie gerne schicken. Ob es eine Meinung ist, ob es eine Frage ist, ob es Erfahrungen sind, falls Sie in der DDR mit aufgewachsen sind. Alles ist da herzlich willkommen. Unsere Net-Scouts sind hier und freuen sich sehr, sehr viel zu lesen. Facebook, Twitter und unser Blog wurde auch vor der Sendung schon sehr, sehr oft genutzt. Und es gab tatsächlich viele schöne persönliche Ansichten und Geschichten auch von Leuten, die in der DDR groß geworden sind. Was da auffällt, ist, dass es eine starke Entweder-Oder-Meinung gibt. Also die Leute sagen entweder, Mensch, trotz Diktatur, wir waren glücklich und man kann von der DDR sehr viel Gutes auch abschauen. Aber es gibt dann auch die harten Kritiker. Und so diesen Meinungskontrast, sage ich mal, fasst hier ein User ganz gut zusammen. Martin Blatschejewski auf Facebook, mir ist es oft so ergangen, dass nach Gesprächen mit anderen Ostdeutschen das Gefühl in mir stark wurde, wir hätten in zwei unterschiedlichen Staaten gelebt. Die Wahrnehmung der Realität ist wohl stark individuell. Eine Kritik an den Verhältnissen in der DDR wird oft als Nestbeschmutzung empfunden. Frau Geipel, sind Sie auch so eine Nestbeschmutzerin oder reden sich einfach zu viele, die DDR zu schön? Naja, Wahrnehmung der Realität heißt es im Blog. Und Wahrnehmung der Realität heißt wirklich millionenfache Opfer über, wir sprechen von 40 Jahren DDR. Das Bild hat sich eingeprägt, die DDR ab 72, aber die 50er, 60er Jahre waren Terrorjahre. Und wir reden alleine, wenn es um politische Haft geht, von 500.000 Häftlingen und natürlich von Betroffenen, Kindern, Eltern, Mann, Frau. Also wir haben sehr viele, die im Land unterwegs sind und von denen wir wenig hören, viel zu wenig hören. Starke, die Frau Geipel spricht von Terroropfern. Roland Jahn, den wir im Film gesehen haben, jetzt gerade auch nochmal bei uns im Beitrag, sagte, wir haben ein schönes Leben gehabt, nicht wegen, sondern trotz der DDR. Ist es dann in Ordnung, sich eher und vor allem nur an die schönen Dinge zu erinnern, wenn man eigentlich das ja auch mit im Hinterkopf haben müsste? Natürlich nicht. Auch was es an Verbrechen gegeben hat, ist doch klar. Das ist immer auch eine Mahnung, dass sich so etwas nicht wiederholt. Aber wir haben hier jetzt mit einem Besonderen zu tun. Wenn gesagt wird, es war nicht alles schlecht, ist das Volksmund. Und dann aber werden wir Bilder gezeigt am FKK-Strand, ganz lustig. Und dann wird gesagt, es war alles viel schlechter. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass es in der Öffentlichkeit, in der Ideologie ein Konstrukt DDR gibt. Und dieses Konstrukt ist ideologisch bedingt. Hat mit der wirklichen DDR nichts zu tun. Und diesen Widerspruch empfinden die Menschen. Und daraus entsteht dieser Widerspruch, den Sie auch vorhin so schön formuliert haben. Das habe ich nicht verstanden. Sie haben von einer Schräglade... Es gibt ein ideologisches Bild, ein Abbild von der DDR. Wir reden doch nur von der Realität. Und die Realität, das sind wirklich... Wie erleben Sie das? Naja, das ist eine ziemlich orthodoxe Angelegenheit. Also wir haben natürlich sehr engagierte Lehre. Wir haben kluge Fragen der Schüler, ist klar. Und wir haben die Lehrer, die mit zum Mund und verschränkten Armen vor einem stehen und sagen, habt ihr jetzt noch eine Frage? Bitte, Frau Geipel, gehen Sie raus. Also es gibt diese ganze Palette und klar ist das über die Zeit, die letzten 25 Jahre in der Breite zu wenig an den ostdeutschen Schulen eben aus dieser Abwehrgeschichte heraus passiert ist. Dazu sagt einer unserer User, der DDR wird in den Lehrplänen nicht genug Raum gegeben. Man müsste nur mal ehemalige DDRler einladen und schon wäre das Ganze besser. Und wir haben noch eine Userin hier, die mal auf den Tisch haut, weil es ihr nicht passt, wenn Wessis, Ossis erklären, wie die DDR zu bewerten ist. Steffi Simone Zimmer, niemand, der nicht im Osten aufgewachsen ist, kann sich ein Urteil erlauben. Liebe Steffi Simone Zimmer, das finde ich genau falsch. Das ist genau ein Kardinalfehler. Fragen wir mal unser Publikum. Kommen Sie aus Westdeutschland oder aus Ostdeutschland? Westdeutschland, Gladbeck. Okay, wir sehen Sie es dann. Die Wessis dürfen in dieser Frage nicht mitreden. Also ich finde, wir sind ein Land und jeder Ostdeutscher hat das Recht, über Westdeutschland zu reden und andersrum genauso. Wie sehen Sie es? Ja, man kann darüber reden, aber ein Urteil, wir können nicht mitreden. Herr Hain, Sie haben sich gerade wahnsinnig aufgeregt. Wir können mitreden, aber wir können nicht mitreden. Sie kennen mich nicht, wenn ich mich wahnsinnig aufrede. Ich denke, das ist genau der Punkt, dass jemand, dass, wenn der letzte Rentner in Garmisch-Partenkirchen versteht, was die DDR mit ihm zu tun hatte, dann sind wir vielleicht an einem Punkt, der akzeptabel ist. Das finde ich wichtig. Ich will es ganz gerne noch mal an Herrn Stemmer geben. Wie erleben Sie das? Gehen Sie auf Partys? Wie können Sie mit Westdeutschen über Ihre Geschichte reden? Begegnen Sie da Arroganz oder begegnen Sie da neugierige Offenheit? Bis vor wenigen Jahren waren die Gespräche dann zu Ende, als es darum ging, wo ich herkomme, nämlich aus Dresden. Heute ist das der Beginn eines Witzes und dann kommt man in das Gespräch und man kommt in Geschichten, die einfach noch nicht so oft erzählt worden sind. Und das ist dann spannend. Wie reagieren Sie in so einer Situation? Beispiel? Als Dresdner war ich gesegnet mit einem Dialekt. Den habe ich mir ein bisschen abgeschliffen, weil ich genau diese Momente nicht mehr erleben wollte. Und den bringen Sie dann und dann ist das Eis gebrochen? Genau, wenn ich ihn jetzt bringe, sind die Leute kurz verstört, dann spreche ich wieder normal. Und dann reden wir über Geschichte, dann reden wir über schwierige Themen und das macht auch Spaß. Steht dieses ewige Ost-West-Ding dieser Diskussion, dieser Aufarbeitung im Weg, Frau Ehlis? Wie nehmen Sie es wahr? Es kommt immer darauf an, wie man diskutiert. Also man kann das ja auch wirklich witzig machen, man kann auch mal provokant sein, aber wenn man interessiert ist und neugierig, dann ist schon mal vieles gewonnen. Also wenn ich in meine empirischen Zahlen gucke, Ost-West-Untersführung, da stelle ich fest, dass die junge Generation das völlig anders sieht. Es sind 35 Jahre, wo wirklich einiges passieren muss. Wenn wir darüber nachdenken, wie auch diese jungen Menschen heute vielleicht fragen würden, wie sah die Kinderbetreuung, aber auch die Rolle der Frau aus. Sie haben gerade angesprochen, wozu eigentlich die Kinderbetreuung da war. Natürlich, dass viele Frauen arbeiten konnten und wenn ich es richtig gelesen habe, 1989 arbeiteten 90 Prozent der Frauen in der DDR fast Vollzeit. Was würden Sie den jungen Frauen heute sagen? War das ein emanzipierteres Frauenbild zu dieser Zeit oder hatte das auch eine andere Seite? Also ich glaube schon, dass es sehr viel emanzipierter war. Ja, ich muss auch sagen, aus meiner Sozialisation heraus kann ich mir gar nichts anderes vorstellen, als berufstätig sein zu wollen. Ich kenne das Modell, dass die Frau zu Hause ist und die Kinder versorgt und dem Mann die Händen rauslegt und den Schlips zum Pemps passend sortiert und den Koffer packt oder sowas in der Art, kenne ich nicht so. Als ich damals nach Westdeutschland gegangen bin, Sie hatten es angesprochen, 1988, da habe ich noch sehr oft dieses Modell schon erlebt. Das hat, glaube ich, aber auch nachgelassen. Kiwi hat in dem Film, in der Dokumentation gesagt, die Frauen in der DDR waren im Rest der Welt zehn Jahre voraus. Ja, ich glaube schon. Glauben Sie auch? Moment, Moment, Moment. Also die Frauen waren nicht nur berufstätig, sie waren höher gebildet, teilweise als der Mann. In den 50er Jahren kamen sie zur Zustrom von Frauen an die Hochschulen. An den Hochschulen waren dann so 54 Prozent immer Frauen, an den Fachschulen bis 90 Prozent. Und das wirkte sich natürlich aus, das Innere in den Familien aus, und zwar auch im Sinne einer inneren Demokratisierung. Und diese innere Demokratisierung in den Familien, die traf natürlich einen Widerspruch zu dem gesellschaftlichen System. 1989 wäre nie so verlaufen ohne diese Emanzipation der Frauen. Hier jemand bei uns im Chat erst mal. Ganz kurz mal, Frau Geipi, darauf noch mal. Ja, würde ich ja auch ein bisschen mehr differenzieren. Ich bin ja auch im Westen angelandet nach der Flucht und habe auch zu knacken gehabt, was einem traditionellen Frauenbild einem begegnet ist. Und ich glaube, da ist in den letzten 25 Jahren einiges passiert. Emanzipation ist in meinen Augen noch mal was anderes. Also diese Geschichte einfach immer nur zu leisten, ja, zu arbeiten, zu arbeiten, Familie, Beruf und immer. Also diese Frage des Recht auf einen individuellen, einen eigenen Raum. Warum ist das so gewesen, dass die ostdeutschen Frauen nach 1989 sich massenhaft, ja, an Manager, an Leute, also an Männer im Westen orientiert haben und sie geheiratet haben. Ist das so? Ja, ja, die Zahlen, doch, die Zahlen sind da ziemlich eindeutig. Und da hatte ich den Eindruck, so stabil war diese Emanzipation der Frau im Osten nicht, wie wir sie uns gern eben danach erzählen wollen. Es gibt aber viele Stimmen im Netz, auch dieses dann wiederum anders sehen. Dazu noch ein kurzes Feedback hier von jemandem bei uns im Chat. Bis 1. Juli 1958 brauchten westdeutsche Frauen die Erlaubnis ihres Mannes, um arbeiten zu können. Bis 1976. Solche Sachen, ja? Bis 1976. Die faktisch eine Einheitspartei Deutschland sind. Die Stasi, ein Vergleich, auch ständige Überwachung des Mail- und Telefonverkehrs heute. Das Erstellen von Bewegungsprofilen mithilfe der Handysignatur. Über solche Möglichkeiten wäre die Stasi unglaublich glücklich gewesen. Das ist bei uns im Netz echt oft aufgetaucht, so ein Stasi-NSA-Überwachungsvergleich. Kann man den ziehen, Frau Geipel? Sie lachen so. Naja, man sieht ja, es gibt viel Ärger, es gibt viel Zorn. Und dann kann man eigentlich immer nur wieder anfangen und versuchen, das zu differenzieren. Was hat eine Staatssicherheit, was war ihr möglich, was hat sie gemacht? Und was haben wir heute an Problemen, die wir gemeinsam natürlich... Also das kann man nicht hinnehmen, diese NSE-Geschichte, das ist klar, aber... Trägt dieser Frust über die Verhältnisse heute, über solche Sachen, aber auch über Arbeitslosigkeit, vor allen Dingen auch in den neuen Bundesländern, Löhne, die immer noch geringer sind als in den alten Bundesländern, trägt der zur Verklärung dann auch bei, dass man sagt, so... Ja, natürlich spielt das auch eine gewisse Rolle, dass wenn also Unterschiede, die bestehen, es gibt ja viele Unterschiede, die sind sehr liebenswert und es gibt soziale Unterschiede im Ost-West, die noch sehr lange bestehen werden, allein weil im Osten eben die Industrie nicht so tragend ist oder überhaupt nicht tragend ist und das bleibt natürlich auch. Und auch weil die Oberschicht nicht so reich ist im Osten wie die im Westen und die Armen vielleicht auch nicht, weniger arm. Aber trotzdem ist das so, dass diese junge Generation jetzt an eine Aufgabe gestellt ist, nämlich an diesem nicht so sehr Ost-West-Verhältnis, sondern an ihrem eigenen Leben zu zümmern. Und wenn Sie dann darüber nachdenken und sagen, ich lasse mich doch nicht ständig mit irgendwelchen Geschichten aus der Vergangenheit zuschütten, wo ich doch heute sehr viele Probleme habe. Die Geschichten aus der Vergangenheit, die müssen dazu beitragen, dass man das heute kritischer sieht. Sachgott Starke und damit sind wir am Ende unserer Sendung und wollen unbedingt wissen, wie Sie zu Hause diese Diskussion gevotet haben. Ja, wir hatten unser Vote laufen diese ganze Stunde lang zur Frage, darf man die DDR verklären, wer ist heute stärker? Ist es Frau Geipel oder ist es Herr Starke? Und hier kommt unser Ergebnis. Darf man die DDR verklären? Ja, sagt Herr Starke und nein, sagt Frau Geipel. Und ihr geht heute Abend zu 56 Prozent mit Herrn Starke. Aber das ist ein knappes Ergebnis. Sie sind in dieser Stelle, dass Sie sie im Falle verkündet haben, die wirklich sympathisch sind. Jetzt haben wir uns jetzt zum Schlussfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort, denn die Uhr tickt angelehnt an eine Kurzgeschichte von Jakob Hain. Angenommen, Sie können in eine DDR-Zeitmaschine steigen und nochmal zurückreisen. Was würden Sie dort machen? Eine Aktion, Frau Elis. Wieder die schönen Sommerurlaube in Rumänien oder Bulgarien im Gebirge. Und es ist völlig egal, ob man sechs oder acht Wochen weg ist, weil man macht keine Karriere. Was würden Sie tun? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Nein, nein, nein.